Ja, guck mal, ich geh zu meinem Gas. Okay, doch kein Gas. Whatever. Das ist einfach komplett, du kannst nicht vorbei, Brücke. Ha, nein, 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 nein. Ich hab's schon wieder gemacht. Holla findet Probleme in ARK, bei denen ich nicht mal wusste, dass sie existieren können. Also, ich möchte jetzt irgendwie doch ein Graphen haben, damit ich Leute abholen kann. Dein Vampirviech ist nicht in der Burg gerade, oder, Niki? Mein Vampirviech ist gestorben bei der River in Aktion. Ich hab jetzt wieder eins. Darf ich mir Dana ausborgen, damit ich Lena abholen kann. Was ist Dana? Das ist ein anderes Vampir-Ding. Das ist Hans Vampir, wenn er nicht stirbt? Ne, wir fliegen nur von A nach B. Also, wir gehen nirgendwo rein. Ich hol sie nur von unserer alten Base ab und damit wir gleich schnell sind. Weil, wenn ich dann Agentavis mitnehme, dann... Das ist gut. Oh, Hans hat Ja geschrieben. Jawoll, danke, Hans. Ich hab's schon eingepackt, bevor du Ja geschrieben hast. Ich hab natürlich gewartet, bis du Ja geschrieben hast. Danke dir. Ich pass auf, dem passiert nix. Ist ja nur... Lena ist so bei 60-30 Koordinate. Das hilft. Das ist super. Dankeschön, Chat. Auch generell, ne? Lena streamt auch, glaube ich, ne? Gerade. Das heißt, bei Lena, jetzt habt ihr noch ne... Ihr habt jetzt Holla als Perspektive und Lena als Perspektive. Ist vielleicht einer der Mods da und hat Lust, ne Liste anzufertigen mit allen Streams, die... Mit allen Leuten, die Twitch-Accounts haben auf dem Server, damit man sich andere Perspektiven anschauen kann. Das wär mega cool. Du kannst auch ein Multi machen für heute, aber auch generell so ne Rufzeichen-Mitspieler-Liste. Weil nicht alle sind Partner, da können wir keinen Squad-Stream machen. Und eine Mitspieler-Liste wär halt voll cool, wenn wir einfach so hätten Rufzeichen-Mitspieler. Und dann hätten wir quasi oben so, ähm, die Leute, die streamen, also dass dann da steht Holla mit Link zu... Das war jetzt von Vogelgruppen. Ne? Mit Twitch.tv blabla. Ähm, für Holla, Lalena, Beatrice, Jay. Ich glaub, das sind alle die streamen, die grad auf dem Channel sind. Und dann darunter Mitspieler, die nicht streamen und dann einfach nur die Namensliste. Mach da lieber, mach da lieber ein Rufzeichen-Mitspieler. Einen eigenen Comment draus, Turtle, weil wir in den nächsten Wochen auch andere Sachen spielen werden. Und dann müssen wir das nicht jedes Mal anpassen und haben es einmal drin, für generell, dass die Leute wissen, wer generell auf dem Server ist. Das ändert sich ja nicht so oft. Ich danke dir. Dankeschön, Daniel, übrigens für den verschenkten Zapf. Vielen lieben Dank. Ich lauf den ganzen Tag durch die Wohnung wie so ein Grinsekuchen, weil ich einfach so happy bin, dass wir wieder ARK spielen. Das macht mich so glücklich. Ich hatte die ganze Zeit so ein bisschen Angst davor, wieder einen ARK-Server zu planen, weil ich mir gedacht hab, boah, was ist, wenn ich dann komplett allein auf diesem Server sitze und niemand Bock hat. Und jetzt sind auf dem Server einfach innerhalb von zwei Tagen 15 Leute und das sind nur Freunde. Hast du das wirklich für wahrscheinlich gehalten? Ja. Ich hab mir schon gedacht, dass es Leute gibt, also ich wusste nicht, ob du zum Beispiel überhaupt Zeit und Bock hast gerade. Auch weil das letzte ARK-Projekt unter anderem meinetwegen nicht so gut gelaufen ist, weil ich ja dann einfach keine Zeit mehr hatte. Und also auch wenn ich nichts dafür konnte, ist ja trotzdem für euch doof gewesen, weil ich euch da so zurückgelassen hab. Ja, aber du konntest ja nichts dafür. Ja, ist trotzdem doof. Und ich wusste nicht, ob die Leute, die regelmäßig spielen, nicht ihren eigenen Server haben und deswegen keinen Bock haben, nochmal woanders auch zu spielen. Jay hatte damals noch gefragt, so der hatte ja einen eigenen Server gemacht, aber ich hatte dann keinen Bock irgendwie nochmal anzufangen, so und... Äh, ja. Also für die auch im Chat, die sich fragen, wir hatten vor eineinhalb Jahren einen Server, der war auch ganz richtig cool auf Ragnarok aufgesetzt. Und dann hatte ich, war ich im Umzugsstress und dachte halt, ja, nach meinem Umzug, da wird das halt mega easy werden. Und dann hat das halt ewig lang gebraucht, dass wir, also dass Kalle und ich in diese Wohnung gezogen sind. Das hat sich ja fast vier Monate gezogen. Das heißt, wir saßen zusammen in seiner Wohnung, in einem Wohnzimmer. Aber mein Streaming-Setup und mein PC war hier in dieser Wohnung, die halt leer war, weil ich hier gestreamt habe. Und ich bin halt immer hin und her gependelt. Und, ähm, mein Laptop konnte arg nicht damals, also der Laptop, den ich damals hatte. Mein MSI-Laptop jetzt, der kann das, aber der damals konnte es nicht. Das heißt, ich hatte am Abend immer die Wahl zwischen spiele ich mit meinen Freunden bis in die Nacht hinein arg in einer leeren Wohnung und fahr dann um halb drei in der Nacht alleine noch in die Wohnung, in der ich schlafe. Oder spiele ich einfach was anderes, was mein Laptop kann? Und so hat sich das dann verloren. So, wir suchen, wir suchen Lena. Ja, ich bin immer noch hier. Ich, hier war, ähm, Nordstrand. 60-30 hat da jemand geschrieben, oder wer es? Genau. Irgendwo 60, zwischen 60-20 und 60-30, genau. Du bist nicht direkt am Strand gerade, oder? Ähm, nee, da müsste aber direkt ein Haus stehen. 60-30, das müsste halt... Also ich bin jetzt basically bei 60-30, das ist nicht am Strand. Vielleicht dann unsere Base? Also ich bin, naja, ich fliege direkt über 60-30, deswegen ist das mit der Koordinate nicht ganz richtig. Aber ist nicht schlimm. Na, na, dann fahre ich zum Strand, fliege ich zum Strand einfach und gucke. Übrigens rettet mir die Information, äh, mit dem in der Hand halten, Niki, gerade so ein bisschen den Spaß am Fliegen. Weil ich gerade mir nicht gedacht habe, warum gleitet er nicht? Schrei, wenn du irgendwas Fledermausartiges am Himmel siehst, Lena. Ich schreie, ich gucke. Aber ich hoffe, das muss ja eigentlich, ich habe eure Strukturen gefunden, also kann ich mich nicht komplett hier... Ah, das könnten auch Karnes-Strukturen sein. Guck mal. Ich guck mal. Du wirst keinen Unterschied sehen, weil der auch bei uns im Tribe ist, da steht auch unser Tribe nur wahrscheinlich dabei. In die andere Richtung? Das steht eigentlich nur als BCGS. Ja, 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 das ist, das ist unser Tribe. Aber wir sind so viele. Aber das... Aber hier steht zumindest, äh, ein Campfire, persönlicher Besitzer Shuyoka. Dann ist es das, was wir drüben gebaut haben, jawoll. Da kommt jemand geflogen? Ja, ja, ja. Yay. Perfect. Geil. Oh mein Gott. Es ist eine riesige Fledermaus, ja. Wenn du mich... Du weißt, wie man Klansachen annimmt, oder? Anfragen. Ich habe... Moment. Einfach auf mich E gedrückt halten und dann müsstest du Einladung zu CCGS annehmen. Jawoll, perfekt. Sehr schön. Ich habe dir einen Flugvieh mitgenommen. Damit kommen wir schneller rüber. Ah, okay, krass. Das ist einfach so lange her. Das ist gar kein Problem. Das ist völlig fein. Wir haben auch Pause gehabt dazwischen. Ich weiß noch nicht, wie gut die gelevelt ist. Das heißt, einfach Bescheid sagen, wenn es mit der Ausdauer nicht ganz so prickelnd ist. Ich mache Ausdauerpausen auf jeden Fall drin. Aber wenn du das Gefühl hast, es ist irgendwie zu knapp, dann schrei rechtzeitig. Ah, die sind ja nochmal Strukturen. Ja, ja. Wir haben da überall am Strand. Canis hat auch irgendwo noch eine Base. Frosty hat noch irgendwo eine Base. Dann haben wir noch Daniel hat auch irgendwo eine Base. Aber... Kein Überblick. Ah, da wird es jetzt ein bisschen kalt werden. Aber wir sind schnell. Also wir springen da noch einmal drüber. Hast du Fleisch im Inventar? Gekochtes? Wahrscheinlich nicht. Okay. Doch, ich habe noch 39 gebratene. Ah, perfekt. Dann kannst du eh gegenheilen. Solltest du Schaden kriegen. Okay. Nee, nee. Die Pokébälle sind keine Mod. Die kamen mit Extinction. Das sind Crypto. Wie heißen die? Nicht Crypto, sondern Crypods. Crypods. Liebe Grüße übrigens von Luffy Nessie. Aha, liebe Grüße, Churuk. Die hat mich heute geradet, als ich gesehen habe, dass ich Arcus spielt habe. Voll lieb, ey. Spielt die auch Arcus? Ähm, nee. Ich glaube, die hatte heute ein interessantes Thema. Ich glaube, queere Adoption. Das ist cool. Leertaste. Dann setzt er sich hin automatisch. Genau. Okay. Mein Gott, die Fledermäuse, das kenne ich auch nicht. Ich war damals wirklich bei Early Access, habe ich das von Anfang an gespielt, richtig viel und dann halt irgendwann mal aufgehört. Die Fledermäuse kamen jetzt auch mit der Map komplett neu. Also mit Leertaste springst du wieder ab, genau. Es gibt richtig viel neuen Scheiß. Also ich habe das letzte Mal von einem Jahr gespielt und auch ich kenne nicht mal mehr ansatzweise alles, was es in dem Spiel gibt. Es gibt unendlich viel Neues. Ich muss mich daran erinnern, dass ich meinen Gamma-Wett untersetzen muss. Ah. Ah, oh Gott. Flieg bitte nicht so nah an mich rein. Oh. Oh mein Gott. Meine Fledermäuse hat gerade versucht, sich auf deine draufzusetzen. Oh mein Gott. Aber die können so gleiten. Also wenn du quasi mit deinem Charakter nix in der Hand hast und dann so runter gehst, dann gleitet der. Du darfst noch nicht zu nah ans Wasser, sonst mountest du ab quasi. Ich zeige dir gleich noch was Lustiges mit denen. Wie viel Ausdauer hast du gerade noch? Ausdauer ist, ja, ist, ich sage mal 60 Prozent. Okay, dann machen wir doch zum Sicherheitsheimen einfach hier eine kleine Pause oben. Einmal da nach oben. Nee, nee, ich stream mit einem PC. Aber ich habe einen Laptop, mit dem ich auch privat spiele. Und es gab viel Updates. Ja, I can. Nein. Wenn du hier an die Klippe ranfliegst und Leertaste drückst, kannst du dich, während du dagegen fliegst, auch an die Klippe hängen. Ja, genau. Ach, krass. Auf gar keinen Fall E drücken. Auf gar keinen Fall E drücken. Das passiert mir immer, wenn ich losspringe. Davon auch mit Leertaste losspringen. Mit E mountest du ab. Ja, okay. Ich merke das nur selber, wenn ich quasi so wo dran hänge, dann ist so aus dem Kopf heraus, ich steige jetzt ab mit E und dann fällst du. Das ist halt nicht mehr so schön. Und dann einfach, wenn du ein bisschen Ausdauer regeneriert hast, kommen wir weiter. Ja, ich denke, das passt jetzt. Wieder fast voll. Geil. Geil. Ach, 209 habe ich die Stufe. Alles klar. Hm. Stufe 209 hat, glaube ich, die Fledermaus. Ja, 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 ja. Blonde Zitrone, Dankeschön für den Raid und Hallöchen an alle. Willkommen im Stream. Hallo. Man kann auch Kopf über den Decken hängen, ja. So, und hier sind wir. Wir haben, ach, das folgt noch jemandem, das Ding, glaube ich, ne? Oder? Folgt das? Ne, folgt niemand mehr. Perfekt. Also, hier entsteht jetzt langsam eine Working Station, ist noch nicht fertig, aber da wird auf jeden Fall mal eine entstehen. Hier hinten oben auf der Plattform, auf der ich die ganze Zeit baue, entstehen Gewächshäuser und so weiter. Wir haben überall Taming Cages und Co. Such dir gern, wenn du möchtest, hier drin einfach eine Ecke aus, auf der du drauf losbaust. Wenn du was Eigenes bauen möchtest, nimm, was auch immer du möchtest. Es gibt nur so ein paar Viecher, da steht dann quasi im Tier eine Zahl drinnen zum Beispiel. Also, Otter sind generell, fass die Otter am besten nicht an, sonst köpft ich Holler. Okay. Das ist so das Einzige. Und es gibt so ein paar Viecher, da steht eine Zahl mit drinnen. Ich schaue gerade, ob ich irgendwo ein Beispiel habe. Da steht dann zum Beispiel AU mit drinnen oder sowas. Das sind meistens Breeding-Tiere, dann ist ganz gut, wenn man die nicht nimmt. Oder wir haben zum Beispiel hier hinten unsere Breeding-Viecher mit reingepackt. Alle anderen Scheinhorns, die irgendwo rumstehen, also das da kannst du auch einfach nehmen, nutzen, wenn es stirbt, ist egal. Wir versuchen es eh zu markieren. Meistens, wenn irgendwo Zahlen drin sind im Namen, dann wird es zum Züchten benutzt. Dann ist es ganz gut, wenn es nicht stirbt. Sonst, nimm, fühl dich wie zu Hause. Okay. Ich versuche es irgendwie, also ich muss sowieso erstmal wieder, die Grundlagen, die sind komplett weg nach vier Jahren. Also ich muss da erstmal wieder. Das ist voll, das ist völlig nachvollziehbar. Ich glaube, ich werde erstmal wieder anfangen, erstmal zu leveln, indem ich hier ein paar Holzsachen baue oder Steinsachen. Easy. Du kannst ja sonst zum Leveln auch ein Agentar was schnappen und kannst Sachen töten gehen. Das geht auch immer ganz gut zum Leveln. Oder Chelsea. Das ist auch ein neues Viech, auf dem man sozusagen halten kann. Ich habe halt so Angst, wenn ich jetzt ein Tier nehme und unterwegs bin und da passiert irgendwas und dann tötet ihr mich. Also das Ding hier, neben dem ich hier zum Beispiel stehe gerade, hinter dir. Andere Richtung. Wenn das stirbt, ist es völlig egal. Das ist ein relativ hochleveliges Ding. Das kannst du, wenn das stirbt, ist es völlig egal. Mit dem kommst du gegen ganz viele Dinge eigentlich erstmal gut klar. Damit kannst du, wenn du möchtest, auch leveln gehen und da ist, wenn das weg ist, dann... Wir haben die beiden Eltern noch. Wir machen einfach ein neues. Und das habe ich gebreedert. Also da kann ich dir auch sagen, ist wirklich egal. An niemanden Anspruch drauf. Wir wollen die Pots haben. Auf was levelt ihr die so? Oh Gott, elf Punkte zum Vergeben. Ähm, ich würde die auf wahrscheinlich Schadenausdauer leben. Außer du hast das Gefühl, dass sie mit dem Gewicht mit dir plus Rüstung nicht klarkommt. Dann vielleicht ein bisschen Gewicht, aber sonst Schadenausdauer leben, hätte ich wahrscheinlich gesagt, aber... Ich glaube, mit der Rüstung, das ist jetzt noch kein Problem. Jep, jep. Auf jeden Fall, danke schön. Gar kein Ding. Ich kann jetzt die Leiter auch da snappen, oder? Wo ist meine Leiter? Ach, die hängt da immer noch hinten dran. So. Und ich kann jetzt diese Leiter bestimmt auch da trotzdem ach, ich kann die jetzt nur so... Aber wenn ich die hier so reinsnappe, dann kann ich mich auf die draufsetzen und dann kann ich damit theoretisch gesehen oder auch nicht Hallo Marcel Klaffe und Dankeschön für die zehn Monate. Vielen lieben Dank. Ich sehe halt nicht, wo er das dann hinsetzen würde. Okay, ähm, dann machen wir das anders. Dann heben wir die nochmal auf und heben das hier vielleicht nochmal auf und dann snappe ich die Leiter hier rein. Ach, hier kann die gar nicht snappen. Die snappt wirklich nur da oben rein. Aber hier würde sie auch snappen. Dann ist halt die Frage, kann ich es dann damit setzen? Oder wo setzt er das dann hin? Ach, dann setzt er das da vorne hin. Äh, äh. Aber ssss. Ich hab den Auto. Ich bin aber dran. Also, du solltest wirklich die entweder Scooga Geo zu legen oder den Taucher, äh, oder in Oxygen zu gehen. Ja. Oder einen gescheiten See suchen, wo die Dinge nicht am Boden kleben, genauso wie alle Fische und du einfach nichts machen kannst mit deiner Vogel und es einfach Pain ist. Oh, warte mal, ich soll die Pfeile mitnehmen. Haben wir noch Pfeile? Ja, ne? Pfeile haben wir, das Todesfehler, ja. Easy, let's go. Müsste eigentlich, müsste eigentlich, ich hab auf jeden Fall irgendwo 100 reingepackt, die kannst du gerne rausziehen, einfach. Und ich muss nämlich jetzt Otter abschlachten gehen. Die sind nämlich alle low level. Und du musst. Ja, ist einmal, um mein Aggressionspotenzial wieder nach unten zu bringen, ne? Wegen der Otter. Und einmal, damit wir natürlich gescheite Otter bekommen sind. Haben wir gar kein Holz mehr? Ich hab gerade erst Holz reingepackt, als wir im Stegopharm waren. Also mindestens 8, 900 oder so. Kleines Nicht-Ziehen. Also ich hab's, ich glaub's in der Smiffy drin. Also wenn ihr heute zieht, guck mal, dass ihr das nicht aus den Refinery Fortress zieht. Machen wir nicht, aber aus der Smiffy, also die Smiffy zeigt er mir nicht an, auf jeden Fall gerade. Ähm, also falls da mal Holz drin war, ist da jetzt kein Holz mehr drin. Krass. Ja, als ich die Stimberries gesammelt habe, hab ich das ganze Holz auch noch mitgebracht. Weil ich dachte, wir haben kein Holz mehr. Ja, haben wir auch nicht. Ja. Haben wir einen Biber? Nee, ne? Nein. Weil dann wird es vielleicht, äh, aber ein Aggie kann einen Biber heben. Ja, deswegen, deswegen. Ich würde einen Taming Cage holen, äh, bauen. Also ich hol jetzt gerade nur noch den Otter ab, dann würde ich einen Taming Cage bauen. Du brauchst keinen Taming Cage. Ach stimmt, wir haben ja diese, du kannst es in die Zinn reinpacken, jawohl. Okay. Ja, easy, dann, äh, geh ich gleich einen Otter holen. Wollen wir einen Hohenotter? Nee, ne? Naja, etwas, was halt nicht scheiße ist, weil sonst, das ist den Aufwand nicht wert, das zu temen. Also ich würde schon was holen, was vielleicht Level 100 Minimum ist. Mammut vom Tal ist besser als Biber. Ja, aber so viel effizienter brauchen wir es mit einem Mammut, das ist langsamer. Ähm, Mammut kannst du nicht heben. Das ist der größte Nachteil daran. Mammut können wir erst mit einem Biber heben und nicht mit einem Aggie. Und damit ist es für uns ein erheblicher Nachteil. Richtig. Äh, kann man, actually, weiß ich gar nicht, ob das geht. Bitte? Ich weiß gar nicht, ob das geht mit einem Mammut. Wir warten können Mammuts heben, normalerweise. Hä? Ja, save Frosty auf jeden Fall. 25, 20, und ich glaube, da war auch noch einer, ne? Nee. T-t-t-t-t-t-t-t-t. Wo bist du denn, Frosty, dass ich dich in den Trap einladen kann? Wir haben tatsächlich schon Weibarn-Eier, yes. Ach so, du bist auch nicht zu Hause. Gut. Ach, die snappen auch nicht miteinander, die Crop, mh, mh, ich weiß halt nicht, was ist denn der Vorteil von diesen großen S-Plus Seamless Crop Square? Nono. Außer, dass die sexy aussehen. Aber die snappen hier gar nicht. Nee, die würden auf einem Ding, würden die, auf einem Fundament, würden die snappen. Aber ich habe ja ohne Fundament gebaut. Oh mein Gott, was? Warte, was? Du kannst halt die, du kannst halt die Rahmen davon wegmachen, das heißt, du könntest dir halt theoretisch gesehen so richtig Häuser aus Gras bauen. Das ist halt schon echt geil. Die Biber waren Aber kannst du theoretisch Ceilings dahin machen? Die Ceilings snappen glaube ich auch nicht. Das Nee. Auf dem Boden snappt gar nichts, nur auf dem Rand vom Boden. Aber mit dem Rand vom Boden habe ich ja jetzt nicht gearbeitet, weil das wäre alles scheiße gewesen. Ich könnte aber also ich könnte ein Workaround machen, auf den ich richtig Bock habe. Aber der snappt dann trotzdem nicht unten, glaube ich. Also auch geht glaube ich trotzdem nicht. Also wenn ich jetzt das quasi hier hinsetze, und mir bin sehr gespannt, ob das gleich funktioniert. was ich hier vorhabe. Ich kann nicht das mit dem ich kann das nicht mit dem unteren snappen. Das schafft er halt leider nicht. Das wäre halt das nonplusultra gewesen. Kannst du in die unter die momentan noch wände drunter setzen? Das wäre die dichtste Überlegung gewesen, aber ich glaube nicht. wenn wenn ich nicht so ein Monk wäre, ne? kann ich. aber ich mache mir dafür lieber eine Strohwand, bevor mir die dann irgendwie zerreißt. Also ich finde gut, du so ein Monk bist. Weil sonst würde es mich bekloppt machen. Du meinst, es ist gut für dich, dass ich mir das antue und du dann einfach davon profitierst. Ja, richtig. Dann sind wir beide glücklich. der Otter hat eine schöne Farbe, der neue. Besonders sehr würde ich mich freuen, wenn er auch ein Level hätte. Der ist 130 gewesen. Dann beschwere ich mich nicht. Ich dachte, du meinst das tolle Baby, das wir groß gezogen haben. Nee, das ist Schmutz. Das tolle Baby. Warte, ich muss ihn mal einlesen. Gott, dass er das auch nicht schafft. Ich töte einfach alles, was hier rumläuft. Sehr schön. Erstmal die Wut raus. auf jeden Fall. Die Fledermaus schafft mich vom Gewicht nicht mit dem ganzen Zeug, das ich im Inventar habe. 30er Gewicht. Ansonsten sehr gut, also sehr viel verteilt. 25, 26, 26, 27. nicht so dolle. Die Frage ist, was passiert jetzt, wenn du das Ding unten abbaust? Probier's. Warte mal, bevor du's probierst, lass mich nur den Cropod wieder abziehen, damit's im Zweifelfall nur die Decke zerreißt. was? Da sind wir jetzt ein Otter mit einem Hohen Wert auf dem Ehen. Was mag die immer mal? Es ist schon weg. Ich hab ne Gun. Warte mal. Ja, ich auch, aber lässt es mich nicht aufheben. Warte dem Mollischen. Es ist immer noch da. Jetzt ist es weg. Ja, ich wollte nicht demolischen deine große Plattform. Alter, ich hätte geheult, wenn du das gemacht hattest. Ich weiß, deswegen hab ich mir zwei Sekunden Länge Zeit gelassen. Das ist sehr nett. Ist noch da. Geil. Das heißt, wir machen jetzt Holz Ceilings und auf diese Holz Ceilings Mama, ich brauche Holz, Mann. Ich habe vergessen, die auch da um zu bringen. Ja, gut, ich will trotzdem erst mal Biber. Was für Mindestlevel haben wir für Biber? 100. 105. Was? 100? 150er findest du halt erst mal nicht. Ich muss nur den Biber Teich noch mal finden. Was hier? Nein, da hinten. Ich habe so etwas gefunden. Okay, und jetzt brauche ich nur noch richtig viel Holz. Ich hoffe es geht euch gut, ich hoffe ihr hattet viel Spaß bei was auch immer ihr gemacht habt. Wir spielen immer noch ARK. Hallo, ja es geht gut voran. Leakgrind war sehr erfolgreich heute, das klingt sehr schön. Was ist denn das maximale Treibhaus-Effekt, was man haben kann? 300. Geil, dann ist unser Haus erfolgreich. Wir haben volle 300. Ich muss nur Stone-Sealings bauen, weil die Holz-Sealings, wenn ich die baue, die sind zu dünn. Die kriege ich dann nicht mehr quasi aufgehoben, nie wieder ohne die Plattform anzuheben. Ich habe jetzt ein Holz-Sealing und ein Stein-Sealing hingelegt und das Stone-Sealing kann ich halt wieder um, also verändern und mit dem Holz-Sealing geht das nicht mehr und das ist mir ein bisschen zu risky. Deswegen nehme ich Stein-Sealings, mache die mit Holz-Optik und kostet ein bisschen mehr Steinen-Ressourcen, aber dafür kann man es wieder aufheben und ändern, wenn wir was brauchen. Steine sind aber einfacher als Holz und die Stein-Farm und dann sind die Teil nebenbei. Ja. Pia reicht 95, mehr gibt es hier nicht. Warum entscheide ich das jetzt plötzlich? Weil du 100 gesagt hast. Niki hat 150 gesagt. Ja, aber bei dir bin ich näher dran. Was hast du gefunden nochmal? 95er Biber. Ja. Ist halt Geil, Bitch, aber das ist okay. Überhaupt mal hier raus, die wollen gar nicht an Land gehen, die sind nur unter Wasser da hinten. Komm Steven, beweg deinen Arsch. Hast du dir eine Idee, wie ich sie aus dem Wasser kriege? Biber? Ja. Klaue ich dann was aus dem Damm. Stimmt. Du hast aber nicht gesagt, dass sie nett sein sollen dabei. Ja. Ja, greifen kann ich sie auch, wenn sie nicht nett sind. Wir bringen am besten Zement mit. Zement brauchen wir immer. Mhm. Weißt du, was das richtig Bittere ist? Ich hatte eigentlich überhaupt erst mit den Zaunstrukturen gebaut, damit ich keine Ceilings bauen muss, um mir Ressourcen zu sparen. Und jetzt muss ich die Ceilings trotzdem bauen, weil mir die anderen Sachen sonst nicht snappen. Also habe ich alles, was ich mit den Zaunfundamenten gemacht habe, basically umsonst gemacht. Das ist doch immer wieder schön, wie gut man auf die Überdämm stehen kann. Also ein bisschen Holz haben wir jetzt. Geil. Wenn die Wand nur einen hoch ist, schauen dann die Pflanzen nicht durch die Decke, wenn sie ausgewachsen sind. Das kommt durch die Pflanzen drauf an, die du da drin anbaust. Außerdem ist das Vergrößern ja gar kein Problem. Also das können wir ja immer machen. Es geht erstmal nur darum, ein Grundfundament zu haben. Eine Zwischendecke reinziehen ist basically kein Aufwand, nur eine Frage von Ressourcen. Ähm, was bedeutet denn diese Sache mit den Dodos? Mein Chat schreibt ständig, wir müssen Dodos töten. Also ich kann diesen Hass nicht verstehen. Dodos sind die größten Mistviecher überhaupt. Ja, sind die so nervig wegen diesem Geräusch? Ja. Okay, gut zu wissen. Also wenn du eine Dodofarm haben möchtest, ist das für mich völlig fein. Ich würde sie an deiner Stelle maximal weit weg von mir in der Burg ansetzen. Okay. Keine Sorge, ich habe da keine Infine zu machen. Ich habe die letzten Dodos nicht getötet. Ja, ja. Ich habe denen sogar einen Stein zu Hause gebaut, in der Hoffnung, dass sie dort sicher nicht direkt in der Base stehen. Ich wusste nicht, dass Bronto-Schwänze durch Steinhäuser durchklippen. Du meinst, du hast sie weit weg von der Base und gestellt, dass der Bronto sie wie auf dem Silbertablett, ohne dass sie sich wehren können, weil sie eingesperrt sind, Innerstein-Box, die sie nicht selber kaputt machen können. Das klingt alles sehr grausam, wenn du das so sagst. Vielleicht sind Dodos wirklich nicht umsonst ausgestorben. Ja. Meine Worte. Ey, jetzt frisst du an T-Rex, meine Biber, die ich gerade... Dann frisst du den T-Rex. Voller und arg. Wo ist eigentlich mein Agentar? Das ist meine Biber in Ruhe, das sind meine! Ich glaube, bist du heute meine Agentar, bist du eigentlich unterwegs? Ne, mit Anton. Wo ist mein Agentar schon wieder? War Anton nicht deiner? Nein. Ne, Arnon war, glaube ich, sein Arnon. Arnon ist meiner, ja. Ich nehme mir nicht einfach Agentar, die nicht mir sind, die ich nicht bekomme von neun. Mhm. Weil sie sagen, ist okay. Ah, ist Arnon. Ich verliere halt den Lauf mit meinem Agentar. Was ist denn? Apropos Sachen verlieren. Wo habe ich das Vivan-Ei eigentlich? Hast du ein 175er Vivan-Ei verloren? Nein, nur ein 170er, aber ich habe es wieder gefunden. So. Äh. Zunahmwasser, zunahmwasser, zunahmwasser. Wir haben kein Crystal? Daran scheitert es gerade? Ich habe ein Glashaus gebaut. Ja, aber ich wollte eine Klimaanlage bauen, beziehungsweise... Das respektiere ich? Das scheitert an Crystal. Das ist so die Ressource, von der ich gedacht habe, dass es an der wenigsten scheitert. Ne, sorry. Alles gut. Ähm... Crystal sind in die Richtung. Muss man durch unsere Glashäuser durchgehen können? Wenn man gebückt reinkommt, ist das voll fein. Nein, nein. Das habe ich hinbekommen. Ich meine, wollen wir einen Eingang und einen Ausgang haben, dass man so durchgehen kann. Damit es praktisch ist. Ja, schon, ne? Hä? Okay. Also... Mir ist das komplett egal. Ich werde das eh rauspullen und nicht das Ding einmal betreten. Ernsthaft? Ja, klar. Aber ich habe es echt schön gebaut. Okay, dann werde ich es einmal betreten. Sagen, dass du es wundervoll gebaut hast und dann die Ressourcen rauspullen. Und nie wieder reingehen. Ja, das ist schön. Du hättest Piers' Blick gerade sehen müssen. Weißt du, das sind die Momente, an denen ich wieder so glücklich bin. Dass ich mit Leuten in einem Tribe bin, die noch recht neu sind in Ark. Und dann kann man so Führungen machen und sagen, guck mal, was ich gebaut habe. Und die sind doch nicht so verkorkst wie ihr oder ich. Dass sie alles nur mit einem Pull-Tool ziehen. Sondern die schauen sich Dinge noch wirklich an. Da habe ich mich verflogen, wenn ich an den Stream geschaut habe. Ja, das hast du auch verdient. Bring mir Steine mit, da wo du dich verflogen hast. Ja, wenn ich Crystals finde... Hä, bin ich blöd? Wo bin ich? Crystals sind doch direkt vor unserer Haustür. Ja, genau deswegen. Dann müsste ich die Frage mit bin ich blöd mit Ja beantworten. Wo bin ich? Hä? Ganz kurz. Hoffentlich unterschloss nicht mehr. Unsere Burg. Hä? Warte, Eisgebiet. Orientierung Eisgebiet ist da. Das heißt... Da muss ich hin. Boah, das ist der 50er. So. Ich habe jetzt noch vor einer Sache richtig viel Angst. Dieser Beehive. Mhm. Muss der auf dem Boden stehen oder kann der auf einer Klippe stehen? Also auf dem Klippen-Ding. Der kann bestimmt auf einer Klippe stehen. Aber was ich gerade gesehen habe, der hat keine Rare Flowers mehr. Du musst nochmal wieder Rare Flowers reinmachen, sonst produziert der nicht. Man bewässert nicht. Der bewässert auch? Ja, der bewässert auch. Ganz... Er stößt einfach mal nach oben. Ja, ich muss den Honig erst rausbrüllen. Ha! Ich habe den 95er! Du hast ihn gefunden oder du hast ihn? Ich habe ihn in meiner Kralle. Also ich muss an der Stelle sagen, diese Schnabeltiere sind glaube ich meine neuen Lieblingstiere. Ich kann den Honig hier nicht reinziehen. Wir bringen übrigens Blumen mit. Weil die Reichweite nicht funktioniert. Weil das Ding viel zu groß ist hier. Ich hasse alles. Haben wir noch eine freie Burgzille? Ja, 30.000. Dann ziehst du den in den anderen Kühlschrank vorne bei der Küche. Der ist voll. Der ist voll. Es ist übrigens äußerst unangenehm, wenn man im Kampf ist und aus Versehen die E-Taste drückt. Mhm, ja. Ja. Ach, gleicher Gedankengang. Du kannst äh, Blumen aus meinem Agentar was rauspullen. Bitte noch nicht jetzt in der Sekunde. Oh mein Gott, ich habe mich erschrocken. Gib mal. Habe ich dich weggeschubst? Nein, das war in Kalle erschrocken, glaube ich. Äh. Mit was mache ich denn Trank am besten bei dem Beamer? Mit, äh, Pfeilen oder mit, äh, Darts? Mit Pfeilen sollte Pfeilen sein. Okay. Ich bekomme Nudeln. So, ich bin wieder da. Nein, oh. Hast du nicht... Ich bin schon irgendwas gegessen. Lebkuchen. Ja, mein Lebkuchen und meine Spekulation sind jetzt auch, ne? So. So. Wo stellen wir jetzt diesen Beehive hin? Haben wir von dem dann ein oder zwei? Äh, erst mal... Also ich kann jederzeit, beziehungsweise was heißt jederzeit, solange wir äh... Wie heißen die Beamer nochmal? Okay, wir können das nicht hier reinbauen, das sieht scheiße aus. Das geht gar nicht. Das sieht absolut katastrophal aus. Äh, was hat das für ne Watering Range? Das hat gar keine... Loy, schau mal raus. Oh, lol! Das brauchen wir ja gar nicht hier oben. Ja, dass du es, glaub ich, da unten stehen lassen können. Ja. Oder stell dich einfach unten unter die Kliffe. Ich würde halt unten einfach in der Mitte von der ganzen Burg, würde ich so einen kleinen, runden Garten anlegen. Und da würde ich einfach drei so Bee... oder zwei so Beehives reinstellen. Und dann bewässern die einfach alles. Also hier, wo die Steine stehen oder wo? So ungefähr? Ja, hier, wo es eh schön ist, so. Ich stell den jetzt mal hier hin und dann machen wir da noch was Schöneres draus. Pack da mal Blumen rein, damit ich sehe, ob der, ob der oben bewässert. Ich glaube, es wird nicht angezeigt, aber es funktioniert. Also es dauert kurz, ja. Ja, richtig. So, Blumen sind drin. Aber wie schieße ich denn da am besten rein? Ist doch hübsch geworden, oder? Ja. Ja. Also, die Beete sind gerade noch irgendwie... Ja, das ist auch nicht fertig, da kommen ja noch mehr Beete rein. Das hört sich in den Bau. Bitte? Das hört... ja, ja. Ist gut. Ich bin halt im Überlegen, ob ich einfach die ganze Fläche mit Beeten voll mache, für maximale Effizienz. Ja, kannst du ja machen. Aber dann ist halt nicht so schön. Wenn ich das gebaut hätte, wäre das einmal eins groß und alle Beete werden ineinander geklippt. Ach, ich kann die Beete ja ineinander klippen. Wenn das drüberseitig eingeschaltet ist, ja. Aber das ist ja scheiße, dann kannst du nicht richtig darauf zugreifen. Ja, aber musst du ja auch nicht. Wer füllt denn da die Samen nach? Geht das automatisch? Samen musst du nicht nachfüllen, wenn es gedüngt und bewässert ist. Also, du musst nur einmal Samen reinmachen. Und das ist painful ein bisschen, da alle Richtigen zu bekommen, aber wenn deine Beete nicht out of fertilizer oder water gehen, sind die unendlich quasi. Also, brauchst du nichts reinmachen. Aber ich glaube auch nicht, dass wir so viel brauchen. Ich hatte vor, sowieso noch ein zweites Gebäude zu bauen. Ja, ja. Also nochmal genau das gleiche quasi dahinter. Und dann hätte ich eines halt für Beeren und eines für Gemüse genutzt. Ja, wir wollen auch noch die großen Plant X, Plant Y, Plant Z Sachen anbauen, glaube ich. Aber ist halt auch kein Problem mehr. So. So. Dafür brauchen wir aber ein größeres Gebäude, oder? Hm. Wenn du die, wenn du in die Mitte Beete machst, sollte das passen. Also, wenn du quasi in der Mitte die hinstellst. Aber wenn du da keine Beete machen willst, dann brauchst du ein größeres Gebäude, ja. Hm. Beziehungsweise, wenn du nicht willst, dass sie rausklippen, dann brauchst du ein größeres Gebäude. Wo sind unsere Narko Berry Seeds? Da sind unsere Narko Berry Seeds. Da sind unsere Narko Berry Seeds. Ich glaube, das nächste, was ich machen werde, ist ne Dung Beetle und... Na, wat? Ein Dung Beetle. Äh, haben wir ein pinkes Kibbel? Superior? Das war das Billigste, ne? Hm, lass mich gucken. Weil der Biber schläft jetzt. Hm, das pinke ist das teuerste, by the way. Superior? Oder? Ja. Ne, das türkisene. Das ist das... Also das pinke ist das ungewöhnliche. Das ist das... Müsste das teure sein, quasi. Ne, ne, das türkisene. Also das... Also das... Die Reihenfolge, die da ist, also das in der nächsten Zeit, das zweite ist das teuerste. Ach, das geht da noch weiter. Aber es ist halt teurer als das blaue, auf jeden Fall. Ja, ja, also... Aber wir können produzieren. Also ich baue dir jetzt welche. Also ich kann's auch... Ne, ne, wir haben, wir haben genug dafür, um das zu machen. Wie viele brauchst du denn? Drei. Ich könnte's auch mit Fiends und Scrops einfach füttern. Mhm. Dauert dann aber halt 45 Minuten statt 10. Wir haben schon sechs. Wir haben sieben. Nein, ist okay. Dann nehm ich wieder mal... Ich zieh mir das immer da raus und fülle den dann mal. Ja. Lass den am besten vorher hungern. Ja, stimmt. Dann lass ich es erstmal im Topf drin haben. Mhm. Also es steht zwar immer noch Not Integrated dran, weil keine Rohre liegen, aber es ist Wasser drin. Es ist Wasser drin? Ja. Von 600 steht jetzt dran. Geil. Ice Watering Range. Ja. Ist schon nice mit den ganzen. Ich brauche halt richtig viel Stein, ich kann halt die ganzen Dinger nicht bauen. Äh, ich brauche... Ich brauche... Ich kann die ganzen Felder nicht bauen, weil wir gar keinen Stein mehr haben. Leider. Steine sammeln gehen. Du kennst die Lampen schon, Niki, ne? Ja. Das war noch kein Bau mir jetzt welcher. Es war nur mal ne Frage, weil du sehr vorsichtig reagiert hast gerade. Ich wollte Crystal Hole. Das... Ja, ja. Crystal Hole ist völlig fein. Alles gut. Nein, nein. Alles gut. Ich... Ich musste gerade überlegen, was ich... Woran es gescheitert war, meine Überlegung, die... das Überlegung auszupüben. Das Überlegung auszupüben. Aber ja, ich kann die Lampen... Zumindest die ist bloß drin. Geil. Also ich glaube, dadurch, dass wir das Wachstum von Gemüse und so weiter serverseitig auch hochgestellt haben. Ähm... Mit dem Treibhauseffekt und so weiter. Ich glaube nicht, dass wir es komplett zustellen werden müssen. Ich glaube, dass wir so auch schon genug Gemüse haben werden. Also wenn es einmal angelaufen ist, dann... Also im Dunkeln ist auch schwer nach Hause zurückfinden. Ja. Ja. Ich seh dich. Wer ist... Dich? Ah, hi. Hi. Jawoll. In dem Stein sammeln. Oh Gott. Warum ist mein Vogel so langsam? Für... Für... Ich muss gleich noch die Suppe von Holla schluffen. Und dann in Ruhe meine Skillpunkte neu verteilen. Nee, ich hab noch nicht so viel Stein mit drin. Ja. Das wäre generell auch mal ne Frage, wie man so am besten die Attribute verteilen sollte. Ich hab erstmal ganz wild nur auf Gesundheit und äh... Traglast. Das kommt echt drauf an, wie du spielen möchtest. Gesundheit und Traglast ist völlig fein. So... Es gibt Leute, die spielen super viel auf, ich lauf schneller als alles andere. Ähm... Ich selber hab jetzt auch relativ viel in Resistenzen auf der Map gepackt. Äh... Simply weil... Jetzt... Hä? Ich hab doch Steine in dem Vogel. Wie viel braucht das denn? Ähm... Simply weil du... Weil alles kalt ist die ganze Zeit. Ein bisschen hab ich auch noch in Resistenzen gemacht. Ich weiß nicht, wie wichtig das ist. Das Ding braucht 500 Steine. Hahaha... Also ich geh dann gleich auf ein Doody-Zähm noch nicht. Warum? 500? Wer hat sich diese Scheiße ausgedacht? Warum hab ich nicht drauf geachtet, bevor ich's gebaut hab? Was macht die denn cooler als die normalen, außer dass sie snappen und cool aussehen? Ja. Ich weiß es nicht. Ich dachte, das kann bestimmt was, weil... Ja. Mhm. Es kann bestimmt was, weil... Das war der Plan. Das war der Gedankengang. Klingt logisch. Hallo. Hallo. Hallo der. Und hallo Kuka. Dankeschön für den Resistup. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Warum ist denn Friedermas eigentlich so kacke? Vielen lieben Dank. Wie kacke. Hans Friedermas ist so kacke. Du hast keine guten Stats. Ja. Seine Stats ist echt nicht so... Also meine ist jetzt okayisch, aber wir haben halt irgendwie nichts zum Breeden. Also ich hab zumindest 36 Ausdauer jetzt. Und ich glaub 38 Gewicht. Sollten wir gleich noch... Eigentlich richtig schlecht. Nee, 30 Gewicht. Aber... Ja, ich hab auch ein bisschen getreut beim Thämen. Und wirklich hab ich mich dreimal grabben lassen, bevor... die Firma aus Rock hatte, das andere Vieh zu trinken. Wollen wir mit einem 1 Kilo Metall und Stein holen gehen? Wobei ein Dödi wahrscheinlich mehr Sinn macht, ne? Einfach. Ja, wir können einfach ein Dödi-Thame und den auf Wandering in unsere Base erst mal stellen. Ich hab ja gerade gesagt, aber ich geh dann als nächstes ein Dödi-Thame. Ich hab eben einen gesehen. Der war, glaub ich, ganz gut. Oh. Also vom Level hier. Würde ich gucken. Aber... Also sobald ich den Beeper fertig hab. Oder ich geh Holz sammeln. Was... Was hat Priorität? Holz sammeln oder Dödi? Ich hol schon, Dödi. Alles gut. Okay. Kann man parallel machen. Jo. Ach, wie nenn ich denn den Beeper? Was gibt's denn für Beeper-Pokémon? Oh Gott. Justin Beeper. Nein! Beeper-Pokémon. Wieso nicht Justin Beeper? Weil wir Justin Beeper... Was hast du gesagt, Hans? Please, nicht den Dödi-Kurus mit Kibble-Thame. Ich will nicht. Ich brauch demnächst mal so 20 Regular Kibble. Also wenn ihr davon mehr habt, gut. Aber wenn nicht... Die geht's ja, stimmt. Was möchtest du denn holen? Äh, Baryonyxer. Ja, Izzy. Wollte ich eine Zucht anfangen. Was wollt ihr denn haben? Oder nenn ich den Beeper-Danocard? Nee, Beeper sind zu süß. Es macht echt Sinn, wenn man nachts Steine sammeln geht. Ähm... Den Sound anzuhaben. Weil man dann hört, wenn der T-Rex auf dich zustampft. Den man in der Dunkelheit nicht sieht. Es hat funktioniert. Ich lebe. Werbe ich Anton eigentlich umbenennen? Ja. Ja. Okay. Ich bin unfähig. Ich finde kein Crystal. Was bist du? Ich bin unfähig. Ich finde kein Crystal. Ernsthaft? Ja. Dann kommen wir zurück zur Base. Er kann nicht dorthin bringen. Glaube ich. Fähren wir das Last Voids. Eigentlich gehe ich einfach gleich in die Operation Cave. Die weiß ich wo sie ist und da gibt es auch Crystal. Ich habe mega Bock auf Chips gerade, aber ich bekomme auch gleich Nudeln. Und wenn ich jetzt mir Chips reinknalle, dann habe ich keinen Hunger mehr auf Nudeln. Das ist das Dilemma meines Lebens. Das musst du ja auch gleich essen. Das musst du ja auch gleich essen. Dann musst du kochen, ich wirst du jetzt auch essen. Das ist mega geil. Ach, das ist ein falscher Vogel. Das ist nicht der Vogel, das ist nicht mein Vogel, der da hinter mir steht. Hast du Steine? Wenn du mir zeigst wo Crystal ist, dann habe ich gleich auch Steine. Nein. Drei Sekunden bevor die Crew ist tickt, ist raus. Schöne wasch, schmeiße ich mein Maving auf den Boden. Oh. Der schläft doch ewig. Ich brauche eine Peitsche. Der schläft ewig, oder? Ja. Stimmt, man kann sie peitschen. Das hätte ich mit Siebel machen können. Wach peitschen, ja. Was? Hi. Hallo. Wie wach peitschen. Wie wach, deine eigenen Dinos kannst du wach peitschen. Das ist grausam. Aber, aber effizient. Niki, siehst du das, was ich sehe? Es ist dunkel, was soll ich sehen? Ja genau, und was siehst du in der Dunkelheit? Tadda. Wir fliegen genau darauf zu. Ich sehe den Drop. Du siehst sie nicht mehr, wenn du Gamma auf 15 oder so hast. Ey, Gamma 5 reicht für alles. Siehst du es jetzt? Nein. Okay, ich stelle mich dazwischen, vielleicht siehst du es. Mit Spitzhacke oder Axt? Spitzhacke. Spitzhacke. Ich krieg jetzt mit Axt mehr Kristall raus. Als mit der Spitzhacke. Ja, es ist sehr verwirrend, weil die Werte hochgestellt sind. Du kriegst erst den normalen Wert und dann kriegst du irgendeinen Blödsinn zwischendurch und dann kriegst du wieder das andere. Also manchmal ist es sehr ausgeglichen. Sehr verwirrend. Ja. Bist du dir sicher, dass du das ausgeschaltet hast mit den Ressourcen? Ja. Außer der Server bei Umzug hat es resettet. Also ich habe 72 Crystal und 48 Stone bekommen. Ich habe 128 Crystal und 60 Steine. Aber mit Axt und Spitzhacke. Bestimmt auch nicht, ne? Das ist irgendwie seltsam. Bitte? Axt oder mit Spitzhacke? Ich habe gemischt, deswegen weiß ich es jetzt nicht. Pfff. 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 Madoc. Die Markmussaurus-Egs. Was? Die Markmussaurus-Egs. Sind die nur in der Cave auf der Insel oder? Ja. Aber Niki, wir könnten auch eine kleine Ich-Bau-am-Gewächs-Haus-Pause machen. Könnten uns die Fledermäuse schnappen, in die Aberration-Dings fahren, unsere Glasperlen holen und gucken, ob wir damit schon Rockdrags holen gehen können und dabei Crystal farmen. Was können wir machen? Das ist mit Highclose und unsere Base ist respawn. Wenn das jemand vor Kattel abgefahren hat. Das sollte man vielleicht noch davor holen, ja. Er hat aber einen Anfängerfehler gemacht. Ich bin rausgetappt während dem Joinen. Scheiße. Aua. Ja. Muss eigentlich nur warten. Ja. Warten, 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 warten. Genau. Nein, das ist abgestürzt. Das steht da nur so. Ja. Meistens geht das trotzdem noch. Aber es scheint jetzt direkt wieder connecten zu können. Wenn du jetzt beendest, wird er dir gleich sagen, dass du auf den Server gejoint bist. Du musst nur mal fünf Minuten warten. Hä? Wo ist mein Vogel? Ah. Sehr verwirrt gerade. Haben wir eigentlich sowas wie einen Mülleimer? Ja. 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 Haben wir eigentlich sowas wie einen Mülleimer? Was soll die Funktion von einem Mülleimer sein? Wenn man nicht überall Scheiße rumliegen hat. Du nimmst den Vogel, fliegst mit ihm zehn Minuten aus der Base und dann drückst du oh, 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 oh. Und das ist dein Mülleimer. Ich will aber doch nicht zehn Minuten aus der Base gehen. Das ist ja blöd. Zehn Meter. Oder du drückst einfach Drop All. Aber mit O ist es more satisfying. Mit Drop All steht ein kleiner Rucksack da und ist nicht alles voll. I don't care. So, ich habe alles vergessen, was ich je gelernt habe. Oh nein, ich habe das falsche Getränk getrunken. Wieso habe ich Holla vertraut, als ich gesagt habe, mach mir ein Getränk? Du hast gesagt, das Vergessens. Ja, das Vergessens-Ding, um meine Skill-Pointe zu verlieren. Nicht das Vergessens-Ding, um meine Level-Punkte zu resetten. Ich muss meine Level nur neu leveln. Oh Gott, ich habe gerade ganz kurz gedacht, ich bin komplett wieder auf Level eins runter. Aber ich muss ja... Heilige Scheiße, ey. Ich dachte gerade, der Level-Reset ist ganz raus. Heilige Scheiße. Ich habe das einfach blind getrunken gerade, ohne darauf zu schauen, was es ist. Und ich bin auf Level eins gesprungen und war so, holy shit. Seit wann gibt es einen Trank, der dich auf Level eins pusht? Aber natürlich, das ist ja der Reset, den man macht. Ah, guten Morgen, Pia. Ah, ich gehe wieder schlafen. Ja, ich wollte auch sagen Schlafmann. Keinen Fall. Wir haben zweieinhalb Stunden Zeit, Pia. Mit was? Dann ist mein... Dann müsste ich zurück sein und meinen Bouverneck wieder in den Schrank packen. Haben wir... I'm sorry, Holla, für den Flame. Ja, ja, ich bin's gewohnt. Ähm... Haben wir... einen Sattel für Castro... Nein. Ich bin eine Krankheit? Okay. Für was? Castro, ich bin eine Krankheit? Lieber. Lieber. Hast du irgendwie eine Krankheit? Castro-Do-Ritis oder sowas? Castro-Deutes, oder? Ja, siehste, Krankheit. Hört sich doch an wie eine Krankheit, oder? Haben wir den Zettel-Empowerment-Dingens da? Tisch noch schon hier? Äh, nee. Gastritis schreibt mein Chat gerade. Hört sich an wie eine Krankheit, ne? Also, ich werde kein einziges Kleidungsstück jetzt können, weil ich nur auf Bauen gehe. Der ist auf Level 61, oder? Wer? Der Sattel. Keine Ahnung. Genau. Ich weiß das nicht auswendig. Also, ich baue den Tisch, kann mir jemand den Sattel bauen, der Level 61 ist? Ich bin Level 60. Ich hab keine Skillpoints. Wie heißt der genau? Castro... Ah, Casteroid ist okay. Was ist denn eine Lust drauf? Ah, oh mein Gott. Wahrscheinlich irgendwas, was Karnes gezimt hat. Äh, ich stell den Sattel, mach Dings hier hinter die Küche. Ey, das ist mega cool, dass ich alles neu lernen konnte. Ich danke dir für das Zusammenfahren für die Dingsbums da. Ja, gerne. Die Stims. Das ist echt ärgerlich, wenn du die Stims nicht mehr lernen kannst, die du brauchst, um was zu bauen, damit du Dinge wieder lernen kannst. Der hat aber gar keine Version, oder? Weiß ich nicht. Deswegen gucke ich gerade. Ich glaube nicht. Äh, okay. Nein. Ja gut, aber die Workbench haben wir jetzt trotzdem da. Ja. Ja. Einer liegt jetzt in der Workbench. Sattel. In der Zelda-Perium, oder in nem anderen? Ne, ne, ne. Der neben dran. Der ist bis hier. Jo. Jo, jo, jo. Geil. Warum legen diese Kanus keine Eier? Weil du nen zweiten dazu brauchst und nen Ovi. Ne, die Weibchen müssten normalerweise auch so Eier legen. Ja, aber der Intervall ist viel, viel länger. So legen die randommäßig vielleicht mal ein oder zwei, vielleicht auch mal drei am Tag. So wie das? Okay. Ab geht's, würde ich sagen. Ich hol mir ein. Okay, sorry, Hans. Ich dachte nicht, dass das so schlimm ist mit dem Intervall. Und wenn du dir nen Ovi zupackst, dann droppt er noch ein bisschen mehr. Okay, das heißt, ich ziehe mich auf Raptor und fand aber nervig zu zähmen, oder? Mit Eiern. Gigereiern. Rex-Eiern. Ja, nichts, was wir gerade groß haben. Okay. Ne. Bonto-Eier, oder? Deine Eier. Deine Eier, weiß ich nicht. Könnte aber wahrscheinlich auch gehen. Mal schauen mal. Deine Eier sind, gehört doch auch zur höchsten Stufe. Ähm. Nein. Es geht nach der Größe, nicht nach der höchsten Stufe. Gigereier, Quetzleier, Rex, Spino, Bonto. Wenn du nicht das Spiel hast. Du bräuchtest ein Gigerei, also wenn du mutig bist, Klaus sei es. Einfach zurückhassen, Pia. Einfach zurückhassen. Sechs Rex-Eier, aber es ist 140er, du brauchst ja einfach nur ein Lowlife. Mal gucken, für ein 50er. Für ein 50er bräuchtest du ein Quetz, ein Giga oder drei Rex. Vier Spino oder fünf Pronto. Was? Fünf Pronto. Oh Gott. Okay. Kanu oder 29 andere Eier. Klingt alles großartig. Ja. Bitte. Okay. Ich habe meine gute Rüstung verloren. Ich rieb die Krise. Gott. So. Ähm. Ich habe jetzt neue Sachen gelernt, das ist übelgeil. Habt ihr beim Umzug zufälligerweise Petri mitgenommen? Ne, der schwebt über der Base ganz, also einen halben Meter darüber. Den habe ich schweben lassen, weil der sonst gestern fünfmal gestorben wäre. Äh, hier bei der alten Base ist nichts. Also ich war vor einer halben Stunde da und da war er noch da. Ich gehe aber, kann gleich nochmal gucken gehen. Also vielleicht ein gutes Stück drüber halt. Ich stehe auf der Base und ich sehe hier nichts. Deswegen. Okay. Was wollten wir machen? Niki, wir wollten Gas-Dinger holen gehen, ne? Und Kristall. Ja. Also gut. Der Stipe braucht, also, der Stipe braucht jetzt fürs Gewächshaus nur, wenn du weiter bauen willst. Ja. Auf jeden Fall dann. Hallo, Kleppi. Ich brauche den verpackten Bergbau-Laser. Äh, mag jemand? Ich würde gleich über die Burg schweben. Äh, das Holz rausbräuen. aus dem Biber. Ich bin gleich unterwegs, weil ich den Petri suchen gehe. Jetzt aber nur schnell kurz polen, wäre super nice. Japp, japp. 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 Da ist es draußen. Nice. Aktuell. Matt, aber dann kann ich direkt weiterfahren gehen. Bis jetzt. Wie viel war das jetzt? Ähm, 1440. Passt nicht viel rein in den Biber, ne? Oh. Wahrscheinlich boss level den schon auf Gewicht. Passt nicht viel rein, der halbiert die Stacks halt nur ne? Ja, aber passt trotzdem nicht zu wenig rein. Ja, ja, natürlich. 1400 Holz, was denn das? 1400 Holz, ja. Sie alle nur Hör auf den R Depack, du? die ist leer, 10 yıl ist besser als Quakel, dabei. ist das wenig ja die hälfte noch in den vogel er reduziert das auch noch mal genau aber nicht so viel wie der bieber reduziert 75 prozent meine keine bieber denken ja auch nichts mit rein für ein quetzel wobei der quetzel ist echt outdated so was angeht mit agentavis ja der ist leider nichts mehr wert hast du deinen vogel gefunden jonas nein komm ich jetzt rüber ich hab's akustisch nicht verstanden gott wir kaut auch noch in kano gerade auf unsere alten base rum ich weiß es nicht fliegst du rüber mal dann könntest du nach dem petri suchen dann können wir nämlich kristall holen gehen er ist weiblich weiblich level 140 den möchtest du los hans fliegst du jetzt doch nicht hin ich kann trotzdem rüberfliegen ist mir egal das wäre super ich möchte nämlich endlich eigentlich diese scheiß blasen holen gehen das ist auf dem weg ja ich bin übrigens schon losgeflogen das fliegt er ist ja ok ah frost hat ihn gefunden wahrscheinlich weil er auf normal gepfiffen ist und sich mit irgendeinem vogel geprügelt hat ich meine ich hatte noch passiv gepfiffen nachdem er dreimal von menschen angeknabbert wurde das ist ganz schlecht wenn du den auf passiv pfeifen weil die auch in der luft angegriffen werden können und die werden sich nicht dann haben sie gar keine chance dann werden die einfach nur getötet und gefressen vor allem den petri niemals auf passiv pfeifen du machst es nur wenn du ihn irgendwo rein wenn du ihn quasi in den gebäude reinsetzt dann oder wenn du was anderes daneben stehen hast was stattdessen kämpfen kann aber wir haben ja am strand haben wir ja auch diese flug dinger die ganze zeit und die kommen da ja ran diese klau klau vögel richtion ist ja irgendwas davon es gibt alles am strand und alles greift dem wenn du pech hast dein petri auch an alles ekelhaft alles ekelhaft alles scheißviecher ich habe früher so gerne an stränden gebaut und seitdem sie diese ganzen vögel eingefügt haben habe ich da keinen bock mehr drauf was muss ich ja stressen am strand dankeschön bablo für die 41 monate und ganz viel spaß hier weiterhin dankeschön vielen vielen lieben dank und hallo granzo und hallo richards noch eine runde holz und dann haben wir auch fast kein langer platz mehr das habe ich meinen vogel wieder ich habe den kano gerade fünf kilometer weg gezogen er steht schon wieder direkt neben der ich bin der schwin her gekommen tschill 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 Ich glaube, das ist der Witz dabei. Dankeschön, Gleppi, für die zwei verschenkten Sub, es hat ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Nein, ich habe Medi-Damage. Noch mehr als der Biber. Aber Biber. Scheiß auf Biber. Biber. So, du weißt das kack viel. Na komm her. Ich weiß, du musst wirklich für den Vögel ins Launo fliegen. Als ob das funktionieren würde. Klar. Was wird denn da hinten angegriffen von uns gerade? Achso, das ist ein anderer Dude, ne? Ne, 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 da kämpft jemand mit gegen den T-Rex aus einem anderen Tribe. Aua! Gut. Ähm, hier ist wieder Lea, ähm, 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 ähm. Jonas und, ähm, kann nicht reden, Niki, also es sollte jetzt nichts mehr da sein, glaube ich. So, dann werde ich einmal kurz Stamina, dann können wir weiter. Jawoll. Jetzt verpiss dich, Mikro-Raptor. Danke nochmal, Klappi. Das ist doch nett, dankeschön. Du weißt ja, wo es hingeht. Mehr oder weniger. Auf jeden Fall bin ich mal in die Richtung geflogen und hoffe, dass es richtig ist. Wir müssen uns noch so ein, für die Fledermäuse, dieses Ding, das man mit Blut vollpackt, wollen. Äh, was? Ähm, zum Fledermäuse zähl man dieses Viech, wo man, das man zum tanken reinpackt. Lüsten, das war nicht das Lüstro-Ding. Ja, dieses, die Bett, also diese, diese, ah, das, was man grabben lässt. Moshops. Moshops, dankeschön, das ist das Wort, das ich gesucht habe, das müssen wir uns noch freuen. Ich hab schon eins. Ach, okay, ja gut. Dankeschön, Klappi, nochmal für noch einen Subs, dankeschön, dankeschön. Ich weiß nicht mehr, wo ich hin muss, Niki, ich hab's vergessen. Zum blauen Obi und dann einfach noch ein Stück weiter. Hä, wieder dort zurück? Was? Bin ich beim blauen Obi? Ist das, welcher Obi ist das da hinten? Ist das den grünen? Bin ich für Ost? Nein, hier weiter Süd. Ich hab ne andere Höhle gefunden. Es gibt auf der Insel, es gibt auf der Insel zwei Schneegebiete. Ah. Separate. Und ihr müsst zu dem, der blaue Obeliskus bei dem südlicheren. Scheiße. Ich bin dumm. Ach du Scheiße. Irgendwas bauen, ich weiß nicht mehr was. Ich will dich wissen, wie jeden einen Alpharex hat, der mit 1140 ist. Äh, ich hab nen Quetzel gefunden. Ein Zwanziger. Geil. Die Balle ist. Okay. Und ich sollte vielleicht ganz kurz mal was trinken gehen. In game oder realy? In game. Auch ein Vieh. Alter. Sind denn 150 Alphatiebecks? Okay. ja die sind direkt in meiner nähe mach die bitte weg ja ich hätte ja 20er alpharex 120 20 hängt in den eisschollen fest ja wo kommen wir rüber 140 150 beides zum preis von ich habe jetzt war ein rex drin bei mir eine hütte aber den dass ich bestimmt nicht raus du bist nicht zufälligerweise irgendwo in meiner nähe ja das ist das problem ich bin beim blauen obi doch also du musst an ihm vorbei also einfach weiter in die richtung fliegen so ein bisschen nach links aus der perspektive aus der ich komme ich habe immer noch gar keine orientierung auf der map und dann da hinten runter und dann ist das an der grenze vom schneegebiet ich habe echt nichts schnelleres als mehr ringer ne ist auch nicht schneller nemals du bist in zehn sekunden über der ganzen map geballert also in mewingen diese neuen fischer das sind schnabeltiere die können doch nicht fliegen oder die können schweben aber in schallgeschwindigkeit was können die nicht fliegen ja die können auch irgendwie schnell schwimmen und rutschen alter man merkt einfach dass wildcard einfach nur noch ausrastet mit neuen viechern das ist ein paar tiere die mechanik komplett außer kraft setzen ja das sind gegen nessus 2 haben sie das echt gedacht wenn man überlegt wie op die nanny war und jetzt gibt das spielte das einfach vanilla ich weiß nicht ob ich hier also ich bin hier an der eisfront rechts 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 und dann da wo es den grün wird unten am wasser ungefähr ist der eingang also jetzt in der nächsten einbruchdruck geil dankeschön wie gibt es eine foundation eine foundation gibt wie viel xp also ich habe jetzt 800 8800 hast du schon bei beiden und dinge ich weiß es nicht genau wie du weißt nicht ob du beide gefahren hast ach du hast es einfach nur gepult ich habe mich einfach irgendwo hingestellt ja aber er hätte das doch gucken sollen aus wie viel du pullst bevor du pullst ok ich habe 1600 ne habe ich gar nicht ich finde den eingang nicht ich bin zu dumm ne die nanny ist nicht vanilla in dem sinne aber also die fledermaus die ich gerade fliege kann für 200 blut einen trank bauen da unten drin das ist also ich bin zu blöd um das zu sehen die kann so einen trank brauen das ding hier und das macht was macht was macht das nochmal irgendwas mit imprint es gibt 30 prozent auf den imprint und es gibt 30 prozent aufs team ach gott das ist die falsche ach gott das ist die falsche oder ist das nicht die dragon cave von von ne ist es nicht alles gut ich hab mir auch immer den herzinfarkt von wo ich aus versehen einfach in die drakes reingeflogen bin und dachte ah ja cool aberration ne doch nicht aberration okay ähm genau und dann gibt es noch ein schnabeltier das zieht für dich jungtiere groß da packst du dem schnabeltier essen rein und das hat ein radius und kann die füttern für dich ich hab halt keine ahnung wo der ausgabe war egal wie klein sie sind noch das ist sehr stark ja ich werde den ausgang nicht mehr ich bin da ich rette dich wir lassen uns einfach gleich wieder zurück porten oder wir wollen nach christus wird nehmen ja ich würde auch nicht porten wir sind von hier aus eh superschnell ja aber der ich hab jetzt den richtigen portband gefunden da sind wir entweder unten also südlich von unserer base oder westlich von unserer base bei der höhle ne bei der anderen bei der posten in torten ich weiß halt nicht wo du bist du bist gerade an mir vorbeigeflogen ich dachte hast du mich gesehen ne du bist irgendwo bei crystal ok ich bin noch im stein ne also ich krieg da halt jetzt blaue edelsteine da ja aber auch ein paar crystals bei der ich krieg auch ein paar crystals raus also 48 auf 200 blue gems das ist gar nicht so effizient nein ich meine die blauen dinger sind auch gut weil wir damit unsere gleiter bauen können für noch mehr leute aus dem team ja wir könnten uns nen gacha holen das hatten wir ja vorher auch im gespräch aber ich hatte hab noch nie nen gacha geholt ich hatte immer nur eins weil andere leute aus dem team nen gacha geholt haben ja gacha sind ganz einfach ich kann nicht raushören ob das sarkasmus ist gerade das war kein sarkasmus du schmeißt ein paar steine in den kristin ja was müssen das für steine sein eine steine 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 ganz normale steine kannst du alles hinschmeißen wenn du ein bisschen effizienter sein willst so steinwände oder so dann kannst du strukturen aber das macht ja kein das macht keinen sinn man tamt den mit steinen ja schmeißen einfach steine zu sind die drunk ja nein du musst dann echt aufpassen was du droppst wenn du auszusehen mal deine waffe droppst oder sowas dann frisst er die auch er frisst alles wenn du neben ihm einen haufen machst den frisst er er frisst alles und du frisst es nicht wieder also ich würde jetzt so fort porten weil ich hab hier ja ja ich würd ich such dich nur bevor du portest ja ich hab dich zwei ich hab mich zweimal in deinem stream schon gesehen ich hab dich nicht gesehen in meinem stream warte kurz ha da hi oh lol was denn das war knapp du hast mich grad fast runter geschoben ja ein bisschen action weißt du was das bedeutet du darfst gleich rockdrakes holen wir holen gleich rockdrakes du gehst dann natürlich mit ha 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 ну ha ha ja deswegen ist es näher als fliegen wofür steht eigentlich ccgs müssen die hans und niki beantworten ihr dürft mal raten und dann sagen wir ob es richtig um das vielleicht ein bisschen vorweg zu nehmen sie wissen es nicht das war der name vom ersten clan auf meinem ersten server den schluse niki und hans benannt haben und das ist geblieben und wir wissen nicht mehr wofür es steht ich glaube schluse weiß das noch weiß sie das noch oder sagt sie dass sie das noch weiß ich weiß nicht ich werde ich werde sie nachher mal fragen weil die weiß ja alles irgendwo noch die hat ja irgendwo alles in ihrem kleinen köpfchen verborgen mich immer wieder verblüfft ja weil schluse weiß man auch nicht ob sie einfach manchmal auch einfach nicht sagt dass sie es nicht weiß nur um niki und hans zu ärgern aber ich weiß nicht ob ich schluse es jemals wusste was das heißt deswegen kann ich nicht sagen ob sie es noch weiß das ist für du ja du ja du ja geil fucking nudels 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 so ein und 70 70 70 Hast du nicht einen Tag nach uns angefangen, Mito? Ja. Sorry. Ich häng ein bisschen hinterher. Wieso sorry? Ich muss ja sowieso alles alleine craften und daher ist das einfach nur... jedes Jahr wesentlich schneller. Bei euch ist es ja so, dass einer baut, der andere holt dies ran, der andere holt das ran. Da teilt sich das ein bisschen auf, wenn du alles alleine machst, dann ist das... Also Pia, wir haben nicht mehr genug Crystal und Polymer. Möchtest du Crystal oder Polymer holen? Ich geh zu dem Pinguin. Ich hab dieses Gefühl, dass dieses Gewächshaus mir alles nimmt in meinem Leben. Hä? Wolltest du darüber sprechen? Ich glaub nicht. Das ganze Glas. Alles, was ich hatte. Alle Crystals, die ich hatte für meine Anzüge. Alle sind weg. Was hab ich stattdessen? Fucking Glashaus. In das niemand reingehen möchte. In das niemand reingehen möchte und in dem nichts noch wächst. Weil ich nicht genug Steine habe, um alles fertig zu bauen. Ich geh ja gleich Steine fahren. Quatsch. Ich hab' noch auf das Dach neu schauen können. Das ist sehr lieb. Wollen wir den Dödi schon? Ne. Wir waren Gasperlen holen. Ach, sie riesig. Dann geh ich nen Dödi holen. Knapp zwei Stunden. Knapp zwei Stunden. Hat nicht irgendwo vor unserer Base einer rumgelungert? In dem kleinen Dörfchen links von eurem Dorf, äh von eurer Base, ist ein, steht einer. Mh, mh, Orangener war das mein' ich. Das ist Richtung Vampir-Dings, ne? Ja. Bin am Dorf. Trink. Vamos, vamos. Neamo. Warte, zehn. Was für ein Level hat er? Level 15. Pia ist ein Level 15? Oh Dödi, okay. Fünfzehn. Dammern. Als Frühstück. Ok. Mein Argi hat Hunger, als Frühstück. Der mach aber auch Hungern. Der färbt aber Steine! Ja, aber der färbt, der schlägt halt zweimal dagegen und dann kann er sich nicht mehr bewegen. Weil er kein Gewicht hat! Aber du kannst ihn auch einfach unter ein Argetavis klemmen! Ja, aber ich will ja, dass der Autofarmt. Autos? Auto. Automatisch... Achso, dass du dagegen läufst. Ja. Ich weiß, was schlecht ist am Maring. Wenn du landest, reißt du alle Steine weg, die du normalerweise farmen willst. Ich hätte... Ich hätte einen 135er. Ui! Wo hol ich ab? Ein Stück. Ich bin eh fast... Du bist beim Dorf noch, gell? Ich bin beim Dorf, ich erlege da gerade einen Dödi. Der war echt hartnäckig. Ja, wohin? Mitkomm. Wo bist du? Wo bist du? Dann nehme ich den nämlich mit in die Burg und heme den. Der braucht bestimmt super viel Torpor. Zwischen den Rexen. Nein, das ist nicht schlimm. Der ist auch schon angeknackst, also. Passt nicht so gut. Dann... Kann ich ihn nicht einfach in unsere Base holen? Dann warten wir ein bisschen. Für Heides. Ah, bin ich erwischt. Wir haben leider immer noch keine Eule. Wo bin ich gerade hin? Ah, fuck. Er ist eingerollt, ohne eingerollt zu sein. Und wir haben wieder Robberbending. Fürsche, du kannst ihn nicht trafen. Also ich hatte die ganze Zeit keinen Robberbending. Ich auch nicht. Aber ich habe einen 135er gefunden, ohne T-Rex. Okay. Das ist gut. Kannst du ihn mitbringen? Ja. Ich habe ihn schon in der Kralle. Nice. Ja, dann können wir hier weg. Scheiße. Ähm. Du müsstest mir mal kurz die Rechse vom Arsch holen. Keine Ausdauer mehr. Ich habe auch kaum noch. Deswegen bin ich weg. Okay. Ist das gar nicht Polymer? Axt oder Spitzhacke? So. Äh. Schwert oder Keule. Am besten. Oder Kettnissinger. Schwer geht actually auch. Okay. Perfekt. Wo war doch hier die... Die... Wo ist er denn jetzt hier? Wie ist denn das? Es gibt extra eine Cave dafür, ne? Da laufen auch welche drum rum. Eine Penguin Cave. Ja, aber in dem Eisgebiet... Ähm. Ja, auch. 40. Da rumlaufen einfach. Gefühlt gibt es auf der Map alles außer Metall. Ja, gibt es auch. Ja, aber nicht wirklich, also... Also ich... Also ich kenne da einen extrem guten Metallspot. Der ist zwar in der Höhle, aber... Ja, die sind halt alle so schwer zu erreichen. Und Höhle... Ja, das gibt doch einen guten. Das ist halt Pain, weil du halt nicht fliegen kannst mit dem AG drin. Es gibt einen sehr guten. Der macht den AG, macht der voll. Was ist denn mit dem von Schluse? Das ist der an der Brücke, den Schluse meint, ne? 1535 meinte sie gestern. Naja. 1535? Das weiß ich. Aber ich bin halt... Aber ich bin halt Aberration gewöhnt. Das hat halt ein anderes... Eine andere Menge an Metall. Ja, ungefähr das. Er sagt aber auch. Echt? Oh krass. Du brauchst ja auch nicht mehr so viel Metall, wenn du den, ähm... Na? Sag mal, was liegt denn das grad so? Wenn du den... Mining Duell hast. Ja gut, den hab ich nicht. Den hat auch keiner. Mhm. Darauf ist es drauf hinausgelaufen. Danach ist Feierabend. Danach geht nichts mehr. Den kriegst du auch, wenn du die Mini-Bosse machst. Dann kriegst du auch ein Mining Duell. Manchmal. Hm. Wie teuer ist der eigentlich? Hm? Wie teuer ist der? Zu... bauen? Äh... Kann man probieren. Es lohnt sich das, den selber zu bauen oder... Ja, das ist ja auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wenn... Den kannst du in der Hand halten, wenn du am Fliegen bist und reduziert 50 oder 75 Prozent der... der Zockerkraft. Also der... Nichts. Krass. Nice. Was ist denn mit Wildcard los? Den gibt's ja schon lange, den Mining Duell. Der gibt's ja schon seit Sennesis. Aber der ist hier... Hier ist er auch mit drin. Das ist sehr cool. Der hämmert einfach richtig los. Aus der Hölle. Danach bist du nichts anderes mehr. Scheiß auf Ankylo und alles andere. Heißt du das auf Deutsch? Heißt du das? Um... Bergbau, Bergbau-Laser. Bergbau-Laser, stimmt. Mit wahrscheinlich Stufe 80, ne? Ja. Nicky? Ja, ist einfach zu übertrieben. Hans ist vor mir Stufe 80. Hans? Ich bin 78, das dauert noch ein bisschen. Das sind zwei Level. Ja. Stell dich nicht an und hüte den Alpharex. Bei 150 hast du was. Ich kann gleich mal nachschauen, wieviel Leben der hat und wieviel Pfeile ich da bräuchte. Oder stell dir ein paar Netze her und geh Wyverns jagen. Ja, ich glaub das ist die bessere Option. Und wenn du kannst, knock auch ein Weibchen aus und bring Milch mit. Wenn du daran dabei bist, kannst du was von McDonalds mitbringen. Ich wollte mir was zu essen bestellen. Ein McFluffy. Ich wollte mir auch was zu essen bestellen. So. Muss ich die da wirklich noch ausnoten? Ja, du musst sie ausnoten. Äh, machst du das in Tampier oder hast du die jetzt nur hergebracht? Ich hab den oben hingefallen und versuch grad Mittag zu essen. Okay, nice. Also, ich bin grad noch die Orte töten, weil das hab ich schon wieder vergessen, dass ich das vor zwei Stunden machen wollte. Die Frage des Pizza. Falls jemand Lust hat, den schnell zu legen, ist mega geil. Ich ess nur grad mal, weil... Naja, ne, ich leg den oben. Und wenn ich wiederkomme und du hast ihn noch nicht oder so, dann leg ich den. Ist kein Stress. Stress hat sie. Ne, kein Stress. Ich könnte aber in die Bienenhöhen-Cave gehen, ne? Ich kann mich auch mal eben machen. Ach stimmt, Pia. Es gibt eine Bienen-Cave, die man nur nicht verhaben kann. Alter. Also mein Orientierungssinn in diesem Spiel ist schlimmer als ein Stück Trockenbrot. Also es ist echt schlimm. Wir lernen aus dem Spiel. Ich höre. Das sind hier... 37-5- und 95- ist noch ein Detailspot, aber das ist wahrscheinlich ein bisschen weit weg. Haben wir jetzt schon Crystal Pier? Nur das bisschen, was ich halt geholt hatte. Ich hätte nur ganz kurz nach den Jungtieren geschaut und mache gerade noch Mittagessen. Das ist gut. Hallo, mein Agentur ist gerade vor mir weggeflogen. Ist das nicht so gut? Irgendwo an die Willen ist. Ja, das ist wirklich nicht so gut. Ich habe mich wiedergefunden. Hallo, Mike. Das ist Maddox. Mann. Ich will da nur untertönen. Was macht denn hier ein Simmich? Ist das frech? Hey. Hab dir doch gar nichts getan. Hallo. Ich will immer noch ein PvP spielen, wenn du durch die Gegend fliegst und nichts anst. Deine Sachen kannst du nicht. Lass sie dir aber liegen. Ich nehme dir nichts weg. Das ist immerhin. Da braucht man sein Wibber, Niki. Wibber, Niki. Aber im PvP dann die eigenen Waffen, die man teilweise selber tragen kann und so trotzdem noch teilweise, ja, Dinos wieder useless machen. Das stimmt. Das stimmt. Ganz am Anfang war es schlimm, dass du ewig lange ein Giga getamt hast und dann einfach nur mal eben zwei Raketenwerfer hast du geraged und hat deine ganze Base kaputt gehauen und du warst, das passt dann hinterher. Also ich hoffe, dass ich bei Arc 2 mehr auf so Dino-Focus und Primal-Focus und weniger so unfassbar viel Tech, weil wofür spiele ich ein Dino-Spiel, wenn ich darauf hinspiele, keine Dinos mehr zu brauchen? Könnte man nicht irgendwie auch einstellen, dass das nur irgendwie ohne Tech-Server ist? Ja. Okay, das hatte mich dann auch so ein bisschen abgeschreckt, als ich mit dem Early Access angefangen habe, das war so cool, als jede Woche oder jede zwei Wochen ein neuer Dino rauskam und dann irgendwann wurde das dann halt so abgespaced, dann irgendwelche Tech-Zeug dazu, das hat mich dann ein bisschen, weiß ich nicht, abgeschreckt. Und ganz am Anfang war alles noch ziemlich manuell, aber hast du stundenlang wirklich vor dem Ofen gestanden und hast dein Kibbel gekocht und dann kamen die ersten Auto-Tourgles und sowas. So, was ist das? Der Autocooker, fertig. Hä? Hm. Hm. Dankeschön, Jutai, für die 39 Monate und den Tier 2-Shop. Ich bin lieben Dank. Ich baue halt, der Schwinge am liebsten aus Metall und Metallglas, weil es halt am schönsten aussieht. Ich finde, die anderen Sachen sehen einfach nicht schön aus. Wenn es ordentlich schöne Holz- und Stein-Foundations geben würde, dann würde ich auch aus Holz und Stein bauen. Wurde es denn eigentlich jetzt schon implementiert, dass du das alles aus, dass du das Glas bauen kannst? Das ist gar nicht. Glas-Metal. Ja. Ist doch S-Plus drin. Ja, ja, aber official nicht wirklich, ne? Ach so. Weiß ich nicht. Oder wurde es mit eingefügt? Official ist es glaube ich nicht. Ist glaube ich immer noch eine S-Plus-Sache. 非 hübsch. No. Hast du deine Sachen wieder, oder? Ja, warum willst du mich wieder umbringen? Nein. Das war nicht gezielt gegen dich. Ich war an der Land geflogen und war mir vorbeigeflogen. Ich war unfreundlich. Grüß dich an der Ima. Ich dachte so, hä, ich wurde von irgendwas angeschossen. Was ist das? Einmal habe ich verschossen. Deswegen ist ein Vogel zu mir geflogen. Da ist mir doch weg. Da wurde er vorgewöhnt. Das mache ich aber nicht kaputt. Das ist doof. Ich bin müde. Jetzt spüre ich langsam. Dass ich nicht so viel geschlafen habe, die letzte Zeit. Wirst du mich schon wieder umbringen? Das klingt so brutal. Dinge, die man nur im Spiel entsorgen kann. Ist so. Und Ark ist sowieso ganz schlimm. Stopfst du mal das da hinten da hinten rein? Stopfst du erst mal den Vogel rein? Ja. Dann hören wir ganz schlimme Sachen bei Ark. Was gibt es noch, was man nur im Ark sagt? Inzest is the way to go. Ja. Ja, das ist dein Motto. Da kommt es drauf an, wo du lebst. Oh, Niki, nein. Stimmt, ich habe den Dilo noch gar nicht gelegt. Ich bin einfach losgeflogen, um Kristall zu suchen. Und habe den Dilo einfach in der Zinne stehen lassen. Ups. So ein Hochheilen von so einem Sauja oder so einem Tier mit Fleisch. Da kann man auch so einen halben Nachmittag mit verbringen, oder? Wo fallen? Ja, der halt nur so lange richtig, solange Hunger hat. Okay. Da gibt es sonst andere Möglichkeiten, die ein bisschen effizienter sind. Okay, danke. Schneeeule. Eine Schneeeule, ein Schwein. Ja, eine Eule sollten wir uns eh noch holen. Das wäre praktisch. Dann gibt es noch... Wow. Ist das hier wirklich? Wollen wir was wirklich? Wie über einen Kuchen, genau. Ein 135er. Tötikurus. Warum nicht? Weil der ewig dauern wird. Hast du ihn gerade gegessen? Nein. Ach so, auf der anderen Seite. Ich bin da gelandet, ich habe den nicht gesehen. Und Hans Vogel sitzt da und frisst. Und Hans ist so, na, ein 135er? Okay. Wie lange wird der dauern? Also die Sache ist, Hans, ich habe fast das Glashaus fertig. Was bedeutet, dass du bald unendlich viel Kibbel hast. Das Problem ist aber nicht die Krops, das sind die Eier. Ja, aber das kriegen wir auch hin. Also das haut auch hin. Okay. Was macht denn handwerkliches Geschick, dass du schneller Sachen craftest? Ah, okay. Besser. Ja, muss ich mir denken. Ich wollte das nicht mehr sagen. Handwerkliche und schick. Ja. Im Late-Game ist es sehr, sehr wichtig. Einige Sachen. Für Endboss und sowas. Soll ich den Dödi jetzt machen oder nicht? Mal schauen, wie lange der braucht. Eine Stunde braucht der mit Gemüse. Oder mit Metros. Das ist ja mal drei, ne? Ja. Handwerkliche und schick. Eine Stunde geht wahrscheinlich noch, oder? Halbe Stunde mit was? Ne, eine Stunde. Ja, das ist doch entspannt, oder? Ich würde den einfach rund, also wie schnell geht der Torpor runter bei dem? Der braucht dann 30 Narkotiks. Ja, das ist ja übel entstanden. Easy. Ja, aber gar nichts machen. Ich markier mir den gleich und, ähm, dann seh ich das mit dem Torpor. Lass den runter hungern und pack dann ne Berry rein. Ne Berry. Ne Berry. Ich muss jetzt erstmal essen. Ich hab mir auch gerade Curry gestellt. Geil. Wie ist das eigentlich mit dem, äh, Trank des Vergessens? Ist der pro Level hier eingestellt, oder kann ich das so oft machen, wie ich möchte? Das weiß ich gar nicht. Achso. Ich hab nichts umgestellt dran. Aber ich hab, also ich hab jetzt quasi den Trank des Vergessens getrunken und bin dann wieder auf Level 1 gewesen. Ob ich ihn jetzt nochmal trinken könnte, weiß ich gar nicht. Aber ich will es nicht probieren, weil ich hab gerade neu gelevelt. Ja, es geht eigentlich nur einmal pro Level. Aber das wirst du hinterher öfters brauchen. Ich glaube, es gibt auch die Variante einmal alle 24 Stunden. Das gibt es auch, ja. Das haben wir zum Beispiel auf dem Cyber mit ein paar Kumpels. Du brauchst es hinterher einfach nur, um zu skilln. Wollten die Dodos genervt, die haben früher immer mit einem sich geschmissen. Die legen immer noch super viele Eier. Aber es geht schneller, wenn du ein Männchen dabei hast. Haben wir heute gelernt. Ist kalt. Ich werde rennen hier nur. Ich habe gerade auf meiner Timeline einen Beitrag, der sagt, zwei bis fünf Stunden Freizeit pro Tag. Macht Menschen am glücklichsten. Weniger Freizeit stresst. Mehr fühlt sich unproduktiv an. Ich habe nicht das Gefühl, dass mich mehr als fünf Stunden Freizeit am Tag unproduktiv macht. Dann habe ich mehr Zeit für ARK. Ist so. Aber man muss auch dazu sagen, dass ARK ein Spiel ist, wo sich Menschen gerne hinterher verstecken und ihr normales alltägliches Leben einfach laufen lassen. Das ist wohl wahr. Aber das können einige Spieler. Das stimmt. Am krassesten fand ich das bei GTA RP. Oh ja. Das finde ich recht. Also ARK ist für mich fein, dass ich da so viel Zeit investiere, weil ich spiele ja auch mit Leuten, die ich mag so, mit denen ich mich unterhalten kann. Und das ist halt irgendwie cool. Bei GTA RP habe ich mich dann dabei erwischt, dass ich am Wochenende keine Zeit für echte Freunde hatte, um dann im RP mit Leuten was trinken zu gehen, die ich nicht kenne. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, ich spiele kein GTA RP mehr. Merkst du selber. Das ist halt fucking stupid. Ich gehe tausendmal lieber mit Freunden Bier trinken, als mit irgendwelchen wildfremden Menschen RP zu spielen. So, nee. Aber ultra krass. Also wenn man das so rein, rein, ne, so. Das ist ja heavy. So, von der Vorstellung her, du gehst halt in einem Game mit fremden Leuten. Was ist das? Ja. Ich meine, natürlich, du schlüpfst in eine Rolle und so weiter und du spielst halt so nicht dich selbst, aber ich gehe lieber als ich selbst ein Bier trinken, also in einer Rolle mit Fremden. Und so, das ist halt, das ist... Ja, aber dass ich das da auch einfach so reinziehen kann, das finde ich halt krass. Und ich glaube, da ist es halt super anfällig natürlich für Leute, die jetzt gerade zum Beispiel nicht so happy mit ihrem Real Life sind. Ja. Weil dann ist halt geil, so, dann, auch wenn du irgendwie durch Corona oder sowas dich nicht mit Leuten treffen kannst und so, ist auch geil. Aber hab ich halt arg trotzdem lieber, weil du es halt mit Leuten dann machst, die du kennst. Das hat irgendwie mehr und mehr Wert. Ich muss meine Base evakuieren, da kommt ein Alpharex. Alpharex und beißt noch der Stein, ne? Ja. Autsch. Und Metall. Und Metall. Und Tech. Tech, nein. Doch. Alpharex können alles, könnte ich machen, auch Tech. Aber es dauert halt 24 Jahre. Ich fühlte eine Million Jahre. Ich fühlte eine Million Jahre. Ja, ja, ja. Dass ich alles zerstören kann, ja, aber... Tech ist ja wirklich zu langsam. Also brauchen wir Turrets. Oder Velos. Oder Himbeeren. Himbeeren? Nicht? Okay. Was machen Himbeeren? Keine Ahnung. Was haben wir denn mal alleine drauf? Ich mag den Berg. Oh, hier ist ein Poipoei. Hallo, Malti. So, der Jokorus ist beträubt, gell? Dankeschön. Ich markiere mir den direkt mal, damit ich das sehe. Wollte ich jetzt gerade machen. Absolut, Schnektor. Aber das meine ich ja damit. Also warum ich halt ARC bevorzuge. Weil in ARC... Dass sie ungefähr drei Meter vor mir ist. ...verbringe ich halt Zeit mit Freunden. So wie du halt mit deinem besten Freund... ...spielst du auf dem kleinen Steam-Ding, oder? Bei GTA ARP spielst du ja mit Fremden. Ich spiele auch mit einem PC, der immer noch eine 1050 hat. Ja, es wurde auch heute released, die 40er-Reihe. Abfahrt. Ich bin armer Student. Ja, genau. Ich denke da echt drüber nach. Also die wurde heute vorgestellt, ey. Und 200% mehr Leistung als die 3090. Also Abfahrt. Musst du die 40er-Serie nicht an beiden Seiten deines Gehäuses festschrauben? Weißt du, was die sonst PCI-Detail rausspricht? Die wird zur Hochkantestellung, keine Ahnung. Die 3090 ist auch riesig. Die ist gigantisch, ja. Die musst du heute brauchst... Also die meisten Leute werden da das Gehäuse brauchen dafür. Richtig. Aber es gibt Menschen, so wie ich, die bauen schon seit immer PCs in die größten Gehäuse, die sie finden. Ey, ich springe die Kacke immer in die kleinsten Gehäuse, die ich finde. Nee, furchtbar. Das ist ganz angst. Finde ich ganz furchtbar, auch einfach wegen Hitzestau. Und wenn du dann irgendwie was austauschen möchtest oder... Also so oft ist... Es ist ja eigentlich Standard seit Jahren, dass neue Technik immer leistungsstärker und dafür wieder größer wird. Weil es halt nirgendwo hin kann irgendwann. Und wenn du da ne neue SSD oder so reinhast... Ich möchte einfach Platz haben in meinem Gehäuse. Ja, also... Mein Gehäuse ist sehr eng, sagen wir mal so. Das ist der Grund, warum ich jetzt ohne Probleme meine Grafikkarte austauschen könnte und du nicht. Ich will mir... Ich mach mir ne 3090 hier rein. Das geht auch. Also ich hab extra einen Manager ausgetauscht, damit ich mehr Strom ab verdiene 3090. Und er dachte mir so, hey, jetzt bin die 3090 ja billig. Jetzt let's go. Ich würde es nicht tun, nicht schützt. Ich bin unzufrieden mit. Und? Ja. Wieso? Ich weiß nicht. Dafür, dass sie sie so hoch angepriesen hat, hat sie aber zu wenig Leistung und hat zu viel gekostet. Ich will sofort nicht mit 500 FPS spielen. Zum Beispiel. Wie hat's denn ne Grafikkarte für 2000 Euro? Die sollte auf über 200 FPS gehen. Auf jeden Fall. Und die 4090, die haben sie heute vorgestellt. PUBG mit 500 FPS auf 4K. Ja, hallo. Sie sieht aber auch scheiße aus. Ja, trotzdem ist es super. Bei Battlefield mit über 200 FPS bei 4K. Voll alles angerissen. Alter. Da muss man wissen, was man will, ne? Muss man halt wissen. Mir bringt das 4K nichts außer Probleme. Ja. Das ist so ein bisschen der Struggle als Influencer. Weil das Problem ist, dass du ein 4K nicht auf Twitch ausgeben kannst. Und wenn du jetzt selber mit 4K streamst, aber runterrendern musst, damit der Stream sieht, dann fängt die Scheiße an. Deswegen gehe ich gar nicht erst auf 4K, auch wenn ich's geil finden würde. Ich hab auch kein 2K. Also ich hab ganz stinknormale Full HD-Monitore. Ne, 2K hab ich das schon, aber... Ne, mir war das Ganze über den Rändern zu dumm. 2K gibt noch. Ja, danach willst du auch nichts anderes mehr haben. Nach 2K. Wir müssen nicht mehr auf HD zurück. Ne. Ich bleib einfach bei HD. Ja, es wird dieses Schlauste, was man machen kann. Ich wechsle aber auch jetzt mein Setup noch nicht mit den neuen Sachen. Glück, dass ich das nicht muss. Ist ja schrankvoll. 2PC-Setup war auch einfach so eine teure Anschaffung, aber hat sich so gelohnt. Ich würde zum Beispiel nie mit 2PCs streamen. Hätte ich gar keinen Bock drauf. Ich spiele ARC auf Ultra und meine CPU vom Gaming-PC hat eine Auslastung von 30%. Ich spiele ARC auf Episch, ein Streamer und meine CPU hat eine Auslastung von... Deswegen bin ich sehr glücklich. 50, 60. Ist ja auch easy. Ja, ist easy. Ich würde nur problematisch, wenn du anfängst, daneben noch... Neben dem Streamen noch eine Aufnahme zu starten in Hochwertig. Dann hast du ein Problem. Ja, dann hast du ein Problem. Ja, das ist der Grund, warum ich zwei hab. Aber es ist nicht notwendig. Ich feier's halt übel. Weil dann ist jetzt auch... Also ich hab auf meinem Gaming-PC hab ich zum Beispiel gar keine privaten Infos mehr und share einfach den Screen rüber und ich kann halt im Stream in meine Dateien gehen und es wird nichts da drin sein, was ich leake, was ich nicht möchte, dass es jemand sieht, weil der PC darauf ausgelegt ist, dass da zu jedem Zeitpunkt Menschen drauf schauen können. Allein das gibt mir schon so ein besseres Gefühl einfach beim Streamen oder dass, wenn irgendwie der PC sich aufhängt oder sowas, dass du neu starten kannst, aber der Stream trotzdem live bleibt und so. Das ist schon geil. Aber war auch echt peinend zum Aufbauen. Das war halt auch anstrengend, diese ganzen... Das bis alles mal funktioniert. Ich weiß nicht, hätt ich halt wirklich... Meine Pelzrüstung ist gerade irgendwie weg verschwunden. Ich hab sie nicht gezogen. Ich hab die die Smithy gelegt, um sie zu reparieren und jetzt ist sie weg. Ah, ich hab sie nicht gezogen. Ich war's nicht. Same. Ich bin gar nicht zurückgekommen mit Chris' Haut. Hab ich die vorhin kaputt geschossen? Ich doch. Nein. Neu. Alles ist gut. Nicht schlecht. Ein paar Haare scheren, dann geht das wieder. Soll ich nicht. Wie machst du das mit Discord und wenn das mit dem Streaming-PC läuft, wie kombinierst du das Audio dann mit dem Game-Audio? Ich hab... Das ist... Das Audio ist tatsächlich das größte Problem. Ja. Es ist fertig. Was? Es ist fertig. Beide? Ja. Ich komme. Agathe! Bring mich zurück! Dann hast du dann sogar noch 118 Kiste? Dann hast du das Teil über. Okay. Darf ich mir irgendeinen Agentar was ausleihen? Ich brauch meinen, leider. Ach, der ist wieder unterwegs. Wer breedet eigentlich Agentar was? Beziehungsweise, wieso haben wir noch keine Agentar was Eier, die sich jemand hochziehen könnte? Eigentlich mal das Schluze. Ein Schluze liebt das irgendwo. Bin ich offen ausgegangen und wir haben ein paar Eier schon rumliegen, die müsst ihr bloß hier mit ausbrühen. Also du kannst mein Agi gleich haben. Ich... Wir gehen eben gleich mit der Fledermaus gleich los. Ich bräuchte nur noch ein paar Sekündchen, weil ich noch schnell was fertig bauen muss. Und die Fledermaus kann mich nicht heben mit dem Gewicht. Ich wollte mal nach, ähm... Eulen gucken gehen. Der Petri schafft aber, äh, den Taming Cage nicht. Vom Gewicht her meinste? Ja. Wie schwer ist der denn? Sonst kannst du bei meinem Schauen was hinkriegt. Ja, er kann auch mein, mein Agi einfach mitnehmen, ist alles gut, ist auch entspannter, glaube ich, dort in der Gegend. Weil du nicht instant verreckst damit. Mhm. Was ist das alles, wie sie? So. Äh... Agatha ist meiner, den kannst du mitnehmen, brauch ich nicht mehr. Also, generell brauche ich ihn schon wieder, aber jetzt nicht. Ist mir klar. So. Ah, es ist fast fertig. Du hast keinen Gleiter dann auf deiner... Oh Gott. Also nicht aus Versehen E drücken. Oh Gott. Sag das nicht. Apropos, nicht aus Versehen E drücken. Ich wollte mir noch Fallschirme bauen. Oh Gott. Mhm. Das wäre jetzt der Zeitpunkt. Ich bin die Fallschirme dabei. Wir machen das, Pia. Ja, das wird, glaube ich, auch so das große letzte Ding für heute für den Stream. Was denn? Wir gehen Rockdrags vorhin. Ah, nass. Gibt es eigentlich noch Kanus oder wurden die inzwischen ausgerottet? Mhm. So. Also, wir... Uns fehlen noch zwei so Crop-Pots. Dann ist das erste... Das erste quasi Gemüsehaus-Ding sie fertig. Dann pflanze ich heute Vollgas an. Wir haben 300% Treibhauseffekt. Und ich... Also, ich würde heute meine Bauküche noch fertig bauen. Und die Idee dabei ist zu sagen, ich baue mir hinten eine komplette Küchenstation mit allem rein. Und vorne kommen lauter Kühlschränke rein. Und aus den Kühlschränken ist dann einfach zur freien Entnahme alles, was da in Kibbel drin ist, kann sich jeder ohne zu Fragen ziehen. Das wäre so die Idee gewesen. Und dann können wir hinten in die Küche irgendwie so einen oder zwei Kühlschränke packen, die quasi anders eingefärbt sind. Und dort zieht man dann den Kibbel nicht raus, wenn jemand was vorbereitet für größere Sachen oder zur Seite liegt. Dann hätten wir Kibbelproblemen gelöst. Wenn du irgendwas safen willst vor das Pullen, musst du einfach nur einen Leertasten... Also musst du es umbenennen und eine Leertaste Sternchen machen. Dann zieht der das aus die Kisten nicht mehr raus. Leertaste Sternchen? Echt? Genau. Oh. Man hat manchmal das Problem, wenn man in der Räucherkammer das Öl reinpackt. Dass es rausgezogen wird, ne? Genau, richtig. Deswegen einfach nur Leertast und Sternchen hinter dem Namen und dann wird das nicht mehr gepullt. Ach cool. Cooler Tipp, danke dir. Dann weiß ich doch schon mal, wie wir vorgehen können. So, dann gehe ich jetzt ganz kurz Pipi machen. Durchatmen. Und dann brauchen wir alles Glück dieser Welt, damit das... Oh, und ich sollte vielleicht erstmal noch, bevor ich es vergesse, dem Dödi Narkosemittel reindrücken. Ich weiß noch nicht, auf wie viel der runtergehungert sein muss, um ehrlich zu sein. Oh, und wir haben wahrscheinlich auch nicht genug Bären für den mehr da, weil... Der braucht gar nicht so viele, der braucht irgendwie 70 Stück oder so. Ja, das könnte schon knapp werden, weil wir immer noch Jungtiere haben in der Base. Die fressen wie... Scheiße. Also ich muss noch ein, zwei Schläge mit Steven machen, bevor wir losfahren. Ach, wieder da. Bibi. 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 Wollte ich bauen? Ach ja. ich hätte früher essen bestellen sollen mein erstes wurde eine halb von einer viertelstunde geliefert ich bin gerade sehr meist meine bestellung wurde immerhin schon bestätigt auf dass du fette wirst ich habe es da wie du mit tech Oh, das ist ja... Oh Gott... Ich hol mir ne Sicherheitskopie, bevor ich mir noch n... Noch n... Na, wie heißen sie? Marrying Tame muss heute. Drei Stück verloren heute. Das ist aber immer so, ich verbrate die wie nichts Gutes, ey. Egal wo ich hinfliege, tot. Die halten nichts aus, die Dinger. Wieso fliegst du denn mit denen? Weil die die schnellsten Viere sind. Es ist wirklich insane, wie schnell die sind. Probier es mal aus. Zehn Sekunden, du bist über die ganze Map geballert. Okay. Die schweben übers Wasser, es ist... Es ist wirklich irre. Irre, irre, wirklich irre. Ähm... Toll. Können viel tragen, wenn du sie levelst. Also machen schon Spaß, wirklich Spaß. Probier es einfach mal. Zuerst wirst du dich aufregen. Die erste... Oh, 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 oh. Was macht der hier? Die erste Stunde wirst du dich aufregen, weil die Dinger echt... ...anfangs schwierig zu verstehen sind. Aber dann... Müsste nichts anderes mehr haben. Ja. Meine Otter sind noch nicht respawned. Auf dem Mapping müsste man einen Zweiersitz drauf machen dürfen. Das wäre cool. Das... Das... Das wäre echt... Das musste ich. Einfach... In die Satteltaschen, wenn da keine Babydinge sind, müsste man sich auch reinsetzen können. Ja, das wäre echt cool. True. Oh nein. Jetzt ist richtig rip. Der Alpha steht vor meiner Base. Gott. Knock, knock. Sind die eigentlich auch so schnell, die Alpha-Rechse? Ja, Mann. Okay. Genauso schnell wie Alpha-Raptoren? Oder sogar schneller? Hm... Cool. Schneller würde ich fast behaupten. Aber ich versuche ihn mal wegzuloggen, den Hund. Hey Brudi! Wo bist du? Ja, da. Er hat halt... Er hat halt viermal beim 150er... Was macht ihr denn? Dankeschön. Vielen lieben Dank an der Flüsterer für die sechs Monate, an Daniel für den verschenkten Sub und Marty für die Sub-Bombe. Danke, danke, danke. Das ist sehr lieb. Vielen lieben Dank für den Support. Also ganz im Ernst, Leute. Ich hätte klüger sein können. Ich hätte mein Glas mit in die Küche nehmen können. Dann hätte ich mir ein Glas Cola mit Eiswürfeln zurückbringen können. Stattdessen habe ich das Glas hier vergessen, war zu faul es zu holen und habe mir deswegen das Eis in die Hand genommen und bin mit einer Hand voll Eiswürfel durch die Wohnung gelaufen. Weil ich fucking stupid bin einfach. Dankeschön wegen dem Satz. Ist irgendwas Spannendes passiert, während ich weg war? Nein. Jöt. 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 Ich hab gefragt, ob ich's machen soll. Nee, ist ja alles gut, alles gut. Es geht nur darum, dass die halt alle, die Sachen müssen halt trotzdem fertig werden. Das ist ja eine gute und schlechte Neuigkeit. Die gute Neuigkeit ist, ich hab einen neuen See in dem Otter sind. Die schlechten sind, die sind genauso verbackt am Boden. Kann jemand von euch irgendwann dazwischen mal gucken, ob der noch bewusstlos ist? Ich hab dem jetzt ordentlich noch Zeug reingeschmissen. Was die Benommenheit angeht. Das sollte echt easy hochgehen, aber... Ist nicht 30 reicht? In der Viertelstunde soll mein Kano fertig sein, spätestens. Ich hab grad selber Narkosemittel gefressen. Du bist eigentlich rum mit so einem hohen Resistenzwert, wenn du eins isst? Nee. Nee, ich hatte grad nur ein bisschen... Nee, nee, das ist bei mir schon weg unten, das Symbol. Das war dann nur ganz kurz ein lila Bild und es wurde so ein bisschen lila geblinkt und dann war's wieder okay. So, dann kriegt unser... unsere kleine... ähm... Ente kriegt auch noch mehr Bären für die ganzen Viecher, die da drin sind. Du willst nicht zu viel testen, wie viel Narkosemittel du brauchst, um dich selbst auszunocken. Möchtest du, dass ich das teste? Noch gerne. Ich find das schon interessant, aber... Okay, haben wir dafür noch kurz Zeit, Niki? Nein. Dann muss ich's testen, wenn wir wieder da sind. Genau. Wo ist denn der... der Hazard-Med-Dings? In's, äh... Fabricator. Bitte klaut mir meine Rüstung nicht aus dem Fabricator in der Zwischenzeit, das wär super. Achso, ich hab meine Rüstung einfach angelassen zieht. Achso, wir können uns auch erst dann umziehen, ja, das ist smarter. Äh... Wo ist denn, bitte, Rallodon? Wird die nächste Map von Stravelheim, wird die auch released? Das wär richtig nice, ne? Äh... Svartalfheim? Ja, wie das Ding ausgesprochen wird. Nein, weil... Ark 2 ja demnächst irgendwann rauskommt. Nächstes Jahr. Ja, aber an wen interessiert das? Fjöder soll das letzte DLC gewesen sein. Fjöder ist, Fjöder ist ja auch von dem Map-Entwickler. Ja. Ja, Uge, ja. Und der macht jetzt die nächste Map fertig. Ich weiß. Wär auch okay, wenn es nur noch eine Mod-Map wäre, die Story ein bisschen weiter schildern würde. Können wir los, Pia? Äh, A, B, C, D, E. Ähm, brauche ich irgendwas anderes, außer... Wollen wir noch einen zweiten... Also ich hab ein Crypto-Ding mit. Wollen wir ein zweites Sicherheitshalber mitnehmen? Ähm, ich hab einen dabei. Ja, aber... Als Mod-Map ist er ja schon verfügbar, ne? Ich hab nicht vor, da was zu tame. Ich weiß nicht, also... Okay, jawohl. Dann können wir los. Wollen wir uns denn ein anderes Voice setzen, damit wir die anderen nicht abfacken mit unserem Schrein? Wollen wir machen? Mir ist egal. Ich mein nur, weil wir viele sind. Ja, ja. Also ich fänd's ganz witzig. Jetzt ist die ruhig schon drüben, oder? Ja. Äh, Niki ist schon drüben gerade, aber ich kann ihn wieder zurückziehen. Die wird zurück? Ja, ich mein sonst... Also ich mach sonst einfach den Stream an und hör ich dann da. Von daher... Die finden das witzig, wenn wir uns anschreien. In dem Voice hier. Dann würd ich sagen, wir bleiben so lang hier, solange es funktioniert. Und wenn ich das Gefühl hab, dass wir zu oft irgendwie euch hinterzwischen reden müssen, dann kann ich immer noch gehen dann. Aber Rockdrax wird, glaub ich, allgemein... Ja, schauen wir mal. Erstes Mal Rockdrax holen auf ner Map wird spannend. Ah ja, wir müssen ja porten. Asgard und... Ah, ich hab was vergessen! Merlok, hast du wieder auf mich die Chancen? Was hast du zu ficken? Nein. Hast du Essen mit? Safe? Ja, safe. 1,30. Geil, dann hab ich nichts vergessen. Okay. Warum soll ich auf die schießen? Das würdest du merken. Ich weiß ja nicht. Ich dachte gerade, irgendwas hat auf mich geguckt. Der Grund, warum du die Viecher hochbreeden möchtest, ist, weil die einen Level Cap haben. Genau wie du als Spieler einen Level Cap hast, haben die Viecher auch einen Level Cap. Die dürfen nur... Ich hab einen neuen Merring. Gleich mal... Gleich mal... Gleich mal breeden hier. Welche... Wie viel Level kann ein Dino nochmal machen? 88. Wirklich? Ja. Okay. Ich hab mir gedacht, das wäre irgendwie 100 gewesen und sowas. Aber ja, danke dir. 88 und dann kannst du nochmal, wenn das ungebreedet ist, nochmal 5 Level drauf... Ne, 20 Level nochmal draufpacken. 20 oder 5? 20 oder 5? Mit Mutter gehen? 20 oder 5 Level draufpacken. 20, ne? 4 Stats in jedem. Ja, das kann sein, ja. Genau. Aber das ist der Grund, warum man breedet. Weil die quasi von... Also wir haben auf der Map haben wir einen Level Cap von 150, was Wild Dinos quasi spawnen können. Außer es ist Tech, dann ist es 180, glaube ich. Ja. Und, äh, so Vivern sind auch, glaube ich, 180. Boah, du bist grad leistbar. Das war ja ursprünglich, weil du sie nicht breeden kannst. Aber jetzt ist es ja so... Ja, weil sie sie einfach nicht mehr laufen wollten, glaube ich. Aber ich find's cool, dass Shrakes so ein bisschen was Besonderes sind. Und das heißt, wenn du jetzt quasi den 150er tamest, dann kann der maximal danach Level 200, schieß mich tot, 230 irgendwas haben. 238 was, 188 Level. Höher kann der nicht werden. Und wenn du den jetzt aber breedest, dann kommt der teilweise schon mit Level was weiß ich was raus und kann halt viel höher gehen dann. Wobei du beim Leveln halt auch einen Max hast wieder, was du hoch bekommst. Weil man sagt, ähm, ab 20 Mutations ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass du nochmal eine Mutation bekommst, so dermaßen gering, dass es eigentlich nicht mehr passiert. Ja, ab 20. Das ist eigentlich nur noch die Hälfte, oder? Weil du dann den 1, also den... Ja, du hast dann 50 Prozent und dann reducet sich das immer weiter, wenn ich das jetzt richtig verstanden hab in dem Video, das ich geguckt hab. Also, ab 20 geht's 50 Prozent runter und für jede Mutation, die dann kommt, reduziert sich's wieder um 50 Prozent. Das heißt, 21 geht noch irgendwie, 22 kannst du schon fast vergessen. Und ab dann wird's immer unangenehm... Oder ist es insgesamt nur... Ab 20 gibt's nichts mehr. Ja, aber ich dachte, du kannst immer ein... 20 Mutterlinie und 20 Vaterlinie, dann musst du anfangen zu tricksen. Aber ich dachte, du kannst einfach... ...die ganze Zeit tricksen und die eine Linie auf Null lassen und dann... Genau, das kannst du auch machen. Das kannst du auch tun. Ja. Musst du mit Minus-Mutationen arbeiten. Essen wolltest du, Martin? Ja. Aber das Mutieren ist so eine Sache, da... Ja. Aber ich war eh super smart, weil ich hier ein Lagerfeuer hingepackt hab. Weil ich damit gerechnet habe, dass wir vielleicht ja irgendwann mal ein Lagerfeuer brauchen werden. Und irgendwann ist jetzt. Bist du jetzt doch Essen kochen oder sollen wir einfach... Nee, ich hätt das einfach trotzdem nebenbei laufen lassen. Ich hab ein bisschen rohes Fleisch. Und ich pack da einfach schnell Holz rein und dann soll das im Hintergrund kuscheln. Weil wir können ja hier auch spawnen. Ja, plop, plop, plop. Wir müssen jetzt gleich... Boah. Nee, ich würde runterfliegen und dann unten anziehen, soweit wir... Ja, aber ich bin gerade trotzdem überlegen, ob wir nicht trotzdem aus dem Voice rausgehen sollen. Weil wir werden jetzt wahrscheinlich konstant reden. Ich will halt nicht die ganzen... Also mich nervt's nicht, aber ich will halt die Leute hier nicht abfacken, wenn man dann überall dazwischen schreit. Und ich bin dann, wenn in der... Also im radioaktiven Bereich bin ich halt auch rigoros, dann schreie ich wirklich drüber. Weil die drei Sekunden, die du warten musst, bis der Satz fertig ist, manchmal zu viel ist. Dann lass uns doch einfach kurz runtergehen. Das ist dann mit dem zweiten Mal runtergehen leichter, weil dann kenne ich die... Dann weiß ich, was das für eine... Also wie die Höhle aussieht. Jetzt kenne ich die Höhle nicht. Das ist... Okay, dann bis gleich. See you later. Jo, bis später. So. Bist du schon bei der Höhle? Ja, ich bin... Ich glaube, ich war noch... Also bevor es radioaktiv wird. Das ist jetzt Aberration-Content. Mann. Gut, dass wir auch keinen Ersatz haben, ne? Ersatz wofür? Naja, wir haben keine Möglichkeit, wenn wir einmal getroffen werden und unsere Rüstung am Arsch ist, können wir nicht austauschen. Nicht treffen lassen einfach. Nicht treffen lassen einfach, ich lieb's. Wie mache ich mich mit der scheiß Fledermausen immer unsichtbar? Rechtsklick gedrückt halten. Aber es ist nicht nach. Super. Gut. So, ich zieh jetzt mal an. Ich hab schon. Du hast schon an. Ja, ich dachte mir, ich zieh das sicherheitshalber an, bevor ich reingelaufen bin und dann schon Schaden bekommen hab. Alter, ich bin mega nervös. Das war schon so Ewigkeiten her, dass ich im radioaktiven Gebiet bin. Wir hätten auch Licht mitnehmen können. Wir haben das Licht vergessen. Okay, das sieht mega entspannt hier aus, erst mal. Da sind, da ist ein Rockdrag. Da sind überall Rockdrags. Ich häng mich mal auf die Decke. Das sind 20er. Gucken wir mal an, was da ist. Ja, wir haben nicht so viel Zeit, deswegen würde ich einfach kurz die Nester absuchen. Die Peitsche. Das ist leer. Die können nicht fliegen, ne? Das ist ein 90er. Nein, die können nicht fliegen. Das ist ein 90er-Ei. Aber ich glaub, ich hab aggro gezogen. Ja, ich auch. Das ist gut. Wie lange du auf dem Vieh sitzt. Die spucken noch nicht. Es ist halt gekommen, dass ich den Ausgang nicht wiederfinde. Nee, das kriegen wir schon hin. Noch ein 60er. Hier ist ein Ei auch. Ich seh das nicht, was das... Ah, du bist auch grad bei dem. 60er. 60 ist das höchste, glaub ich, ne? Nee, 90 hatte ich eins gesehen. Ich glaube, das war die Runde. Gut, die Frage ist jetzt halt, machen wir, versuchen wir einen 60er und einen 90er mitzunehmen. Ah, ich hab meine Peitsche mit. True, ich hab die schon unten in der Leiste. Ist ja übelst entspannt. Wir sind hier erst, wir haben hier erst zwei Dura verloren. Ja. Hier ist noch eins. Hier ist ein 170er. Oh. Okay. Okay, das heißt, der Vorschlag wäre jetzt von meiner Seite aus, ich zieh 90er und flieg raus. Und wenn ich die alle auf Agro habe, holst du das 170er. Jo. Wo ist denn das 90er? Welches ist das denn? Das ist eine gute Frage. Oh, hier ist unsichtbar. Ich weiß es gar nicht, wo das war. Gut, ich bin mal sehr nah dran, ne, damit ich rechte Maustaste war unsichtbar, ne? Da ist es nicht Nacht. Aber wenn ich wo mich dran setze, geht's. Ja, ja. Also das 170er ist in der Mitte gewesen. Was musst du tun? Wieso sehe ich nicht, was das ist? Muss ich absteigen, damit ich das sehe? Nee, du musst in First Person gehen. Ah. Das ist mir ein bisschen zu nah fast schon. Da ist ein 60er. Nee, das ist nicht das, was wir wollen. Da, 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 da. Das ist auch ein 60er. Ihr gebt mir auf die Nerven und verpisst euch. Ja, ja, ich ziehe die eh gleich alle. Ich muss nur gleich, wenn ich die ziehe, muss ich nur darauf achten, dass ich nicht an dir vorbei fliege dann. Wobei, wenn du unsichtbar bist, das wahrscheinlich sogar Wurst ist, ne? Ups. Irgendwas hat mich angeknurrt. Ich brauchst nochmal kurz gucken, wo das 170er war. Ja, bleib bei dem, verlier das nicht. Ja, ist ja nicht so groß, die Hülle. Ich find auf jeden Fall das 90er gerade nicht. Was war das? Ah, ich hab mich nicht kassiert. Shit. Aber ich glaub, er hat nicht mich erwischt. Er hat nur mein Fliegelding erwischt. Achso, mein Fliegelding wird die ganze Zeit angeknurrt. Achso, ich hab erst jetzt meinen ersten Hit. Das ist ein 20er, das nehm ich, dafür ist es das nicht wert. Ja, sonst nehm ich da 60er mit, wenn ich nicht weiß, wo das 90er ist. Ich find's nämlich nicht. Ist das 170er? Ja, ich bin wieder bei 170er. Okay. Wie war das nochmal? Hinsetzen, Peitsche, drücken. Du kannst einfach E drauf drücken. Ach, ich kann mich eigentlich daneben hinsetzen. Ja, aber das macht's ja schon leichter. Einfach daneben setzen, E drücken und schnell wieder aufsteigen. Jawohl. Ich freu mich schön. Ich hab's. Jetzt kommen auch Dinge nervös zu dir gerannt. Ja, ja, ich hab jetzt den Hass. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wo ich wieder rauskomme aus der Cave. Geht mir ähnlich. Ich guck mal für uns beide. Ich geh auf jeden Fall mit allen Spazierenden in der Zwischenzeit. War das da unten? Kann das sein? Ja, ich glaube. Ich glaube, das wird die Herausforderung werden, dass man durch dieses kleine Loch hier wieder raus muss. Ich wäre theoretisch halt, oh Gott, bleib jetzt nochmal drinnen. Das Problem ist, wenn ich jetzt vor dir da rausfliege, mach ich dir halt komplett das Loch zu da hinten, ne? Alles gut. Also, sie laufen mit mir raus gerade. Ich guck mal, wie weit sie mit rauskommen. Ich hab halt absolut keine Ahnung, wo der Ausgang ist. Das ist am Boden. Der Ausgang ist auf jeden Fall am Boden. Ich glaub, wir können die ganze, also das ist übel entspannt, wir können einfach die ganze Cave leer räumen. Ohne Probleme. Ich hab keinen einzigen Hit bekommen. Ich hab auf jeden Fall Aggro von welchen jetzt, aber... Ich pack mal das Ei in unseren Schrank, einfach hier. Ich bin schon draußen und komm dann wieder rein. Das müsste der Ausgang sein, oder? Ja. Pass nur auf, dass da keine drinnen sind, wobei du dich wahrscheinlich auch vorbeiquetschen kannst. Das ist voll mit denen, alles gut. Ich bin schon draußen. Wollen wir nochmal rein oder wollen wir sagen, ist gut und wir kommen später wieder? Ich würde alle, ich würde dann einfach alle einmal leer räumen und da drei mit denen. Ich hab noch nicht so viel. Ich kann drei tragen, glaub ich, bevor ich langsamer werde. Du kannst sie auch hier sicherheitshalber in diese Kiste packen. Ja, ja. Das von der 70er sowieso. Oh, meins ist auch schon drin. Na gut, dann gehen wir wieder rein. Kannst mal schauen, ob... Was mir rausgefallen ist, oder ich glaube nicht. Ah, die sind da draußen. Okay, wir können sie auch einfach töten, wenn du Bock hast. Ja, ich muss nochmal eine Rüstung wechseln, damit ich mir die jetzt nicht kaputt mache. Das wäre nämlich schade. Jawohl, bin ready. Also auch, Chetna, für euch der Grund, warum wir die unten nicht fighten, ist nicht, weil die übel strong sind, sondern weil wir halt von denen Hits bekommen, wenn wir auf unseren Viechern drauf sitzen. Und diese Hesmet-Mads, die wir haben, die können halt keinen Schaden ab. Und dann kriegst du halt Radiation und bist halt innerhalb von Sekunden tot. Deswegen kämpfen wir unten nicht. Und das ist eigentlich sehr viel schwieriger, weil du in den Höhlen halt nicht fliegen kannst. Und die Fledermäuse machen das halt leichter. Weil die halt doch trotzdem fliegen, obwohl sie eigentlich nicht fliegen können dürfen. So, was ich noch gar nicht gesehen habe, wo Nameless sind. Die würden ja, also wir brauchen ja Nameless Venom für zum Aufziehen. Oh Gott. Hast du reingeflogen, ohne dich umzuziehen? Ja, ich hatte Angst, dass es kaputt wird. Also, solange du drauf sitzt, sollten sie dich nicht hitten können. Also, es können nur relativ wenig Dinos Reiter hitten. Warum haben wir da nicht einfach unten alles gekillt? Ich dachte, die machen auch Flieftschaden drauf. Weil das 40 Rockdrakes sind oder so. Ja, noch nicht 40. Also, I don't know, ich sehe alleine 10 gerade um mich herum, die gerade aggro auf mir haben. Also, wie können die töten? Ich töte gerade noch einen im Weg. Ich habe noch einen 60er getötet auf dem Weg. Das heißt, der Weg raus ist jetzt geebnet. Aber da ist echt übel entspannt, hier Rockdrakes zu holen. Holy shit. Ja, dann lass einfach mal alles hier töten, was dann Rockdrakes hier im Eingang ist. Müssen wir nicht, oder? Müssen wir? Spawn die Eier. Die spawnen dann ja trotzdem random nach, solange wir sie rausholen, oder? Ja. Wir müssen, glaube ich, nur alles rausholen von Eiern, damit wir einen neuen Spawn haben. Also, hast du gerade noch aggro auf von irgendwas, oder kannst du Eier holen? Nee, ich habe nur ganz viele neben mir gerade. Hier sind wirklich ein paar. Viele. Das wird sehr spannend. Ich habe jetzt aggro gezogen, ich habe ein Ei. Das ist eine ganze Schulklasse. Ey, das ist einfach so viel leichter durch die Fledermäuse. Das ist lächerlich, wenn ich überlege, was wir an Spinos verloren haben auf Abration. In der Rockdrake-Dings unten. Weiß nicht, ich habe das immer mit Grapplinghook und Glider gemacht. Ich bin mit einem Max-Level-Spino, der gelevelt ist, runtergegangen. Mit einem Aberrant-Spino. Und habe die Cave gecleared. Ja, du. Mit was muss man die Rockdreads hochgroßziehen nochmal? Was fressen die Babys? Mit Nameless Venom. Alter, meine Fledermäuse ist fast tot. Ich weiß nicht, was bist du für ein Level? Ach, da ist der 170er, von dem ich das Ei geklaut habe. Ich glaube, deswegen macht der mich nicht mehr. Und der ist schnell. Oh, die Schütte. Da ist echt ein Spaziergang. Ich habe das immer mit zwei Manners gemacht in der Zeit. In der ganzen Zeit zum Glück nur zwei verloren. Mit Mannama. Ja, aber den hast du ja standardmäßig nicht auf Abration. Das ist ja kein Abration-Classic. Dann hast du den ja von Extinction quasi rübergeportet dafür. Ach, die sind ja oben und unten jetzt. Ja. Oh, ich bin wieder voll läuft. Meine Fledermast hat Blut gegessen. Kann wieder. Die hassen mich alle. Da habe ich gar kein Ei mehr mit gerade. Aber ich habe Aggro von allen. Du könntest jetzt easy wieder reingehen und noch ein Ei holen. Die sind wirklich alle unter mir gerade und haben überhaupt keinen Bock auf mich. Guck dir das an. Ich muss es sehen. Alter, imagine, du könntest nicht fliegen hier. Danke schön, Lisa, für die sechs Monate. Ganz viel Spaß hier weiter. Danke schön. Ja, das glaube ich, dass das auch geht. Auf jeden Fall. Ich war dafür immer noch zu schlecht. Mal kurz aussteueregen und dann kann ich... Ach so. Ich weiß halt nicht, wo du bist, ne? Dann gehe ich in die andere Richtung damit. Ich bin ganz hinten gerade. Mit der Gang. Wir wollen ganz hinten nochmal raus. Aber es kommt. Ich habe zwei Sechziger-Eier und es kommt mir gerade zumindest ein bisschen was entgegen. Alter, die meiste Gang ist noch bei mir. Bist du raus? Ne, noch nicht. Bist du auf dem Weg hinaus? Ja. Und dann folge ich dir direkt. Ich glaube, wir haben nichts mehr dann. Ja, doch. Ein paar sind noch hier. Aber ich glaube, wir haben keine Werfen mehr. Bist du im Gang? Ne, du bist hinter mir. Jawohl. Wann fliegt du als erstes? Alles gut, ich bin wieder voll live. Ich habe Blut dabei. Jawohl, aber du hast die Ware. Ich brauche nur zwei Sechziger jetzt noch. Und also noch ein paar Rockdrakes auf dem Weg nach oben. Ich sehe es, ich bin direkt hinter dir. Ey, diese Fledermäuse sind so OP. So, also ein Ei kann ich noch tragen. Ich hätte gesagt, es ist gut, oder? Nein, ich meine, um es jetzt zurück zu porten. Ach so, dann nehme ich alles ins Inventar, was noch da ist. Wir haben einfach mehr fucking Eier als Inventory Space. So, jetzt muss ich irgendwie der Anzug nicht aus Versehen ein Ei essen. Ich habe nicht das 170er, das 170er muss ich noch im Schrank liegen. Du gibst mir das 170er? Hast du Angst, dass du es isst? Nein, deine Verantwortung. Du wartest Rockdrakes, also kriegst du das High-Level. Oh Gott. Lass mal ein Stück hier weggehen, da hinten ist ein Rex. Oh mein Gott. Jawohl. Lass einfach, lass einfach irgendwo rausgehen. Lass uns rausgehen aus dem Cave hier, wegen den... Ja, lass uns einfach da oben auf den Steinen sitzen. Ja. Ich habe spawned, ihr kennt einen Miniboss oder so, ne? Nicht, dass ich wüsste. Oder ist von uns Rockdrakes gleich hinterhergeklettert. Ja, aber davor sind wir weggeportet, oder? Also... Possibly. Nicht E drücken. Warum nicht? Weil ich auf der Klippe stand. Ich packe die Drag-Eier in meine Fledermaus. Falls ich doch E drücken sollte. Jetzt habe ich dir gesagt, Zaufe oder Zaufe East? Boah, das weiß ich nicht mehr. Dann gehen wir mit Zaufe East. Das ist ruhig unwesentlich. Ja, das war ja übel entspannt. Das war ein richtiger Spaziergang. Mhm. Dann... Kann man wieder hochgehen, oder? Jo. Hallo. Hi. Der ganze Stress umsonst. Das ist ja übel entspannt hier mit den Fledermäusen. Das ist ja völlig bastard. Ja, das ist ja einfach stupid, wenn ich überlege. Wir haben damals, als ich das erste Mal Rockdrag Eye of Aberration geholt habe, völlig verzweifelt mit einem Max-Level-Spino die ganze Cave gecleart, weil wir uns auch 30 Mal verlaufen haben auf dem Weg. Und hier ist einfach so, okay. Das ist lächerlich. Wenn man weiß, wo man hin will, kann man basically vom Spawn-Point oben bis runter zu den Rockdrags mit einem Gleiter fliegen. Aberration, das finde ich immer ziemlich lustig. Ich weiß, das habe ich ein paar Mal probiert und ich bin jedes Mal irgendwo falsch gelandet. Ja. Du musst einfach nur das Beine runter. Ja, ich hatte einen, der dann schämisch gemacht hat. Aber es ist halt schon... Also es ist schon, auch was mein Chat gerade sagt, schon ein bisschen schade, oder? Dass es so leicht gemacht wird mit den Rockdrags. Ist es nicht zu leicht? Ich meine, der Wert, den du ja bei solchen Sachen hast, ist ja auch der, dass es ein bisschen eine Herausforderung ist, sich einen Rockdrag zu holen. Und jetzt ist es so, okay, du holst dir aus Versehen eine Fledermaus. Und mit der aus Versehenen Fledermaus flatterst du rein und holst dir einfach alle Eier, die du möchtest. Das ist halt... Ich bin das alle dabei. Also das ist halt fast das. Das gibt ja die neueren Dinos von denen sind alle sehr eigentlich zu strong. Ich leg mal die drei in den Küchschrank. So, habt ihr Rockdrags? Ja, sechs. Nice. Wie bitte? Ja, es ist Bastard. Es ist wirklich, es ist absolut. Die Fledermäuse sind stupid. So, jetzt müssen wir uns nur noch überlegen, wie wir die füttern. Wo gibt's Nameless? Wo gibt's Nameless? Das kannst du hier einfach auch mit außen Steinen rausfarmen, unten in der Aberration-Hülle. Ja, jetzt sind die gelben Steine da. Ja. Die sind in welcher Aberration-Hülle? Da, wo die Drops drin sind und die, äh, Revenger. Haust du ein paar Mal auf den Steinen drauf, hast du genug Nameless-Zeug. Are you kidding me? Das ist ja einfach nur lame. Sie haben nicht mehr, Alter. Heißt das, hier gibt's keine Recon Nameless? Nein. Sehr, sehr traurig. Das ist ja einfach nur lame. Das ist ja kein Aufwand. Das ist ja auch nichts wert, in dem Fall. Ja, also das macht das Ganze ja auch so wertlos. Ja, ja. Das ist ja voll schade. Für mich war Rockdrake immer so voll das Highlight, wenn ich gespielt habe, weil ich mich immer voll gefreut hab, wenn man sich dann darauf so vorbereitet. Und jetzt ist halt einfach so, okay, ich mach mir einen Anzug, ich nehm mir eine Random-Fledermaus, ich flieg runter, pack alles ein. Wenn ich nicht möchte, krieg ich keinen einzigen Hit, weil ich fliegen kann in der Cave. Und dann farm ich mir das zum... The fuck. Oh Gott, das ist Pain. Ja. Also Bosse töten. Bitte? Das macht Spaß. Also Bosse töten, das macht Spaß. Ja, ja, aber es geht halt schon echt viel verloren, ne, vom Gamewipe her. Das ist so ein bisschen der Grund, warum ich Genesis 2, glaube ich, sehr kurz gespielt hab. Leute. Ich hab Genesis 3 gar nicht gespielt. Und Fliegen aus ist hier auch. Mega. Also wir haben hier auch Fliegen aus in Höhlen, Jenny. Aber die Fledermäuse sind Exceptional. Ja, man kann natürlich sagen, gut. Wir benutzen sie nicht mehr für Höhlen. Aber... Aber das liegt doch auch an den Mods, oder? Das ist nicht die Mod, das ist die Map, die das macht. Ja. Ja, ich hasse es. 45 Sauerstoff. Scheiße. Schwimmäule. Aber auch 43 Gesundheit. Aber wir brauchen doch nur Ausdauern. Tank-Schwimmäule. Ausdauern. Habt ihr das auch öfter an, dass das euer Lieferant fragt, ob ihr bestellt habt? Also Plural. Wenn ich denn hier daheim bestellen könnte. Habt ihr bestellt? Nennt dann euch viel Spaß. Mhm. Dankeschön. Lass es euch schmecken. Vielleicht geht er auch einfach davon aus, dass du einen Adelstitel hast und sprich dir mein Majestät des Plurales an. Euch viel Spaß, my lady. Ja, ja, genau. Ja, schade. Ich dachte, das wäre jetzt quasi so das Highlight für heute. Aber irgendwie... Hab ich das Gefühl, Otter holen ist mittlerweile schwieriger, als Rockdrags holen. Wie broken ist das denn jetzt bitte? Ich hab gerade zwei Mairings verpaart. Normalerweise fällt ein ein raus. Aber es sind zwei rausgefallen. What? Also Befruchtete. Das ist ja nice. Hab ich eine doppelte Versicherung. Schade, ey. Also ich find den... Ich find auch den... Diese Ente find ich auch zu stark, um ehrlich zu sein. Also ich find die Idee, dass man eine Maverick hat, wo man die Babys reinpacken kann und so weiter, find ich cool. Aber warum muss ein Maverick, der eh schon Babys füttern kann, auch noch schweben können und Steine zerschlagen und Steine zerschlagen und Steine zerschlagen und was weiß ich. Also es ist halt so viel, was einfach so auf ein Tier draufgeklatscht wird. Das kann einfach alles. Die Steine zerschlagen ist ja eigentlich nur so, dass du willst was farmen, du landest mit einem Maverick und er haut sie kaputt, aber farmt sie nicht. Ja, aber du bleibst doch nicht hängen. Du fährst überall durch. Du bist wie so ein Raketer, so dunk. Ja, du wärst überall durch. Das könnte auch daran liegen, dass bei der Geschwindigkeit ansonsten Probleme auftreten. Ja, gut. Ja, aber ich find's halt krass, wenn man überlegt, weil so... Das Schnellste davor, was du halt hattest, war der Managama. Und der hat, den hat's halt irgendwie, das, was ihn ausgemacht hat, war halt, als er schnell ist. Und jetzt hast du halt etwas, was deine Viecher breedert, sich um die kümmert, die eigenständig füttert und was schnell ist. Und bist so... Das ist auch das Gleiche mit der Fledermaus, so... Die ist unsichtbar, die hat Live-Leach, die kann ein Item craften, das mega OP ist, die kann gleiten, die macht Schaden, so... Was kann sie nicht? Das ist halt... Das ist halt schade, find ich. Sachen schleppen kann sie nicht. Wobei, du kannst dich auch sehr gut auf Gewicht leveln. Ja, meine 500 Startgewicht, das reicht. Ja, das ist übelst, ja. Der Soh tragen, ja, aber keine Dinos carryen, ne? Ja, okay, ja. Ja, brauchst du aber nicht, hast du... Du brauchst eigentlich nur noch Agentarwisse und Fledermaus. Mehr brauchst du an Flugfüchern eigentlich nicht. Und welcher Teleportpunkt war jetzt der Nächste zur Base? Äh... Der unten und dann drüben. Also waren aber zwei von Düden oder Stoffen. Ja, schade, dass das so easy ist. Das ist... Ich meine, das ist cool, denke ich mal. Wobei, ist es cool für die Anfänger, Leute? Das hat ja keinen Einfluss auf die Anfänger, Leute. Der Start ist ja ähnlich. Das Finale ist einfach nicht mehr so anstrengend. Und wie ist das... Es gab ja sogar schon die, oder davor, dass ich um Babys gekümmern konnte. Hat bloß irgendwie... Ja, haben wir nicht wirklich benutzt. Und welcher denn? Äh, das Känguru. Stimmt, das Känguru, genau. In den Bauchbeutel, genau. Und weil es keiner benutzt hat, muss man sich das hier ausdenken, was dann einfach alles kann, weil sonst hätte es ja wieder keiner benutzt. Holy shit, ja. Ja, die haben das alles so ein bisschen kaputt gemacht. Früher war das Ding, der Oberking war der Bronto. Der konnte carryen bis Ultimo. Oder die Schildkröte. Ich habe das Gefühl, dass durch dieses Bedürfnis, immer weiter zu toppen, vergessen sie halt, dass einfach dann die Liebe für die alten Sachen halt verloren geht, weil sie halt keinen Mehrwert mehr haben. Man weiß einfach keinen Grund mehr dafür gibt, die dann mehr zu holen, so. Also es ist halt schade, wofür habe ich 200 verschiedene Dinos, wenn 5 so viel können wie 150. Das ist halt schon hart, holy shit. Du brauchst halt neuen, immer krasseren Content, um deine alten Spiele wieder abzuholen. Also Casual-Gamer, nicht Hardcore-Grinder. Damit die halt wiederkommen und sich gesagt bekommen, oh mein Gott, hier ist das neueste, krasseste Dino. Und das generiert halt Hype, generiert halt wieder zahlende Kunden neue. Ich habe das Gefühl, dass mein Chat das relativ gut getroffen hat, dass sie gesagt haben, Arc 2 steht in den Startlöchern. Und jetzt wollen sie es für die Casuals in Arc 1 nochmal richtig interessant machen. Und jetzt kriegen Casuals jetzt quasi nochmal auch leichter an alles ranzukommen. Es ist weniger quasi Hürde, um vielleicht für Arc 2 zu hypen oder so. Also das könnte ich mir schon vorstellen, weil das ist schon stark vereinfacht. Also so immer krassere Sachen in ein Spiel reinmachen, ist halt immer Marketingstrategie. Weil du damit immer wieder Leute zurückholst. Und ja, jetzt mit Arc 2 natürlich. Habe ich jetzt auch gar nicht dran gedacht, aber das ist natürlich ein großerer Grund. Also ich finde die Map wunderschön. Ich finde die Map wirklich, wirklich wunderschön. Aber ich finde die Vigia zu stark. Ich habe echt überlegt, ob die Map quasi Aberration, also sich für mich gleich anfühlen wird für Aberration vom Gefühl her. Aber was Aberration für mich halt so rund macht, ist, dass es sich wirklich anfühlt wie eine Herausforderung. Du hast halt so viele Sachen, auf die du dich wirklich vorbereiten musst und so viele Threads, dass du halt... Bei Aberration hatte ich immer das Gefühl, ich muss halt echt aufpassen, wenn ich was machen gehe. Und kann nicht einfach nur Braindead irgendwo durchlaufen, bis ich halt ein gewisses Level erreicht habe. Und bei den meisten anderen Maps habe ich halt das Gefühl, mit so einem Tag Spielen habe ich irgendwas, wo ich dann Braindead eigentlich überall hinkomme, mit Ausnahme vielleicht von ein paar einzelnen Sachen. Ja, das ist ja nicht der Map-Ersteller, der das gemacht hat. Die Map ist ja super, super schön. Die Kreaturen sind ja von Wildcard, also die sind ja von den offiziellen Arkmachern. Das hat nichts mit dem Modder zu tun. Also optisch ist die Map der Wahnsinn. Die ist super, super schön. Auch, dass die so kalt ist, finde ich cool, dass du da ein bisschen aufpassen musst. Und das Reisen in die anderen Welten und die Biome, finde ich alles übel cool. Ich finde einfach nur die... Die Viecher zu stark. Das ist halt das. Ich glaube, ich wäre schon weniger genervt, wenn die Fledermäuse nicht in den Höhlen fliegen könnten. Das wäre schon viel. Und wenn die Mavering, also diese Ente da, das Schnabeltier, wenn das vielleicht, weiß ich nicht, ein Tier nursen würde auf dem Level und nicht fünf. Ja, ich will nicht. Ja, gut. Wenn wir denn nur nursen würden, wäre das auch so eine Sache. Und dass sie dann auch noch die Eier legt, dass sie dann auch noch, eben so schnell ist. Ja, ist schon krass. Schon sehr, sehr krass. Aber gut. So, ich warte jetzt bis Helmut und dann suche ich Otter. Ja, tatsächlich ist Otter Zähm wahrscheinlich mit einer der schwereren Dinge mittlerweile. Weil Rockdrakes sind es nicht mehr. Das heißt, ich bekomme das Nameless-Dingster-Boomster jetzt da, wo wir auch die Scheinhorns geholt haben, ne, Niki? Glaube, ja. Wenn da die Höhle mit dem roten und dem gelben Loot-Crop sind, dann ja. Ja. Da ist's... Da müsste dann diese gelben Steine abdauen. Dann hole ich mal eben Futter für sechs Rockdrakes, weil es aus nebenan... Könnte mir noch jemand einen Eulensattel craften? Nope. Keine Punkte. Ich kann kurz mal schauen, habe ich... Äh, Punkte habe ich Futter für zwei Eulensattel. Ja, ich bin irgendwie vom Level her so ein bisschen behind. Mit 34. Ja gut. Nächstes nochmal Eulensattel, ja gut. Wie haben wir das Zeug? Oh, das weiß ich nicht. Ähm. Danke schön. Ähm. Genau. Ich bin schon da. Ich bin schon da. Du bist nicht zu, wirst du schon wohl von Milch geholt. Steht dann wohl irgendwann ein Aberration-Server an? Nee. Also ich möchte den Leuten den Server hier auch nicht wegnehmen, weil das gibt ja keinen Sinn. Ich würde wenn dann halt clustern, irgendwann. Und wir hatten ja quasi die Bosse als Ziel und Bauen und Erkunden und so weiter. Also das Spiel lebt ja auch ein bisschen von den Aufgaben, die man sich selbst holt. Und ich würde mir dann als Hauptfokus nicht die Rockdricks wie geplant, also ich möchte trotzdem reden, ich liebe die Dinger, aber dann werde ich mich wahrscheinlich auf Reeper fokussieren einfach, weil die gibt's hier nicht. Dafür muss ich dann eh bei Aberration rein. Und dann haben wir im Stream auch genug. Hast du nicht gestern gesagt, das musst du nicht mehr machen? Ich liebe Reaper. Reaper sind der abgefuckteste Scheißdreck überhaupt. Das war die Alien-Story, ne? Ja, das ist die Alien-Story. Und dann haben wir auch etwas, wo ein bisschen so der masochistische Anteil von mir vor sich hin leiden kann. Ich habe halt gedacht, ich mache das mit den Rockdricks, weil ich gewusst habe, ich werde einfach ultra oft sterben, weil ich scheiße bin. in Aberration mit dem unteren Bereich so. Aber dann mache ich Rockdricks hier, just for fun, so casual. Und dann holen wir uns einfach Cluster, Aberration und was ihr wollt halt gerne noch an anderen Maps dazu. Und ich möchte halt Bosse machen. Bosse wäre für mich halt so das Hauptziel, dass wir die machen. Und dann mache ich mir eine Reaper-Zucht und zwingen Niki mit mir da runter zu gehen. Also nicht böse gemeint, Holla. Aber bevor ich dich mitnehme runter, möchte ich erstmal nicht mehr 30 Mal am Tag, oh Gott, dieser scheiß Otter, oh Gott Piranha, oh nein, wo kommt der T-Rex her? Weil so finde ich es lustig, wenn ich mich eineinhalb Wochen darauf vorbereite Reaper holen zu gehen und wir mit einem Oh Gott Ups da unten sterben, dann ist meine Laune nicht mehr so gut. So habe ich dir gesagt, so generell Bock habe ich drauf. Ich nehme dich super gerne mit, super gerne. Ich gebe dem Ganzen nochmal zwei Wochen, bis es ein bisschen weniger oft beim Otter holen stirbst. Oder bis ich vielleicht schon Reaper habe, dann ist das auch entspannter und dann ist alles gut. Ich finde, by the way, mit Nachtsicht einfach diese Aberration Höhle nicht. The fuck. Meine Orientierung mit Nachtsicht ist einfach am Arsch. Bitte? Aber es ist ja auch schon fast Tag. Es ist fast Tag? Ja, ich sehe es nicht. Ich habe Nachtsicht an. Alles ist rot. Kann man Reaper eigentlich mittlerweile selber auch breeden? Es können immer noch nur Männchen hochgezogen werden, ne? Ja, weil du dich ja von der Queen befruchten lassen hast. Ja, aber ich meine auch die Eier quasi, die gemacht werden. Also das, was aus deinem Körper bricht, kann immer noch nur ein Männchen sein quasi. Ja. Ja, mit Mutator geht alles. Ja gut. Aber dann ist halt, ist die Frage, kann ich einen männlichen, kann ich mit einem Mutator einen männlichen Reaper, also kann ich das klonen und dann eine gezähmte Reaper Queen haben, mit der ich selber weiterbreede mit Mutator, geht das? Glauben nicht. Die Frage, haben Reaper überhaupt Geschlecht? Ja. Es gibt Reaper King und Reaper Queen. Ja. Du kriegst Reaper Kings. Es ist ganz klar definiert, dass das ein Reaper King ist, der rauskommt. Das ist ja das große Ding bei den, bei den Rippern, dass sie, dass das so krass Unterschied ist, ob es Männchen oder Weibchen ist. Ich habe eine Frage. Wie schwierig ist es, einen Megane dann zu zähmen? Nicht schwer. Für mich? Schwieriger. Du stellst dich an den Strand und schießt einen Pfeil drauf, bis er bewusst los ist. Und du möchtest eine Armbrust dafür haben? Ich habe eine Armbrust. Weil eine Armbrust unter Wasser schießen kann. Ja, ich schieße die ganze Zeit Fische mit Armbrusten. Fische, Armbrust, schießen. Aber warum? Schießt sie unter Wasser. Warum nimmst du dir nicht eine Pike? Nee, kommt drauf an. Je nachdem, ob es gerade machbar ist mit Pike oder nicht. Ich möchte unbedingt mit dir mal Fisch holen gehen. Ich möchte wissen, was du tust, um an Fisch zu kommen. Mittlerweile den Ischi losschicken. Ja, aber warum gehst du Fische mit einer Armbrust holen? Das ist für Otter. Das Problem ist, die Otter-Teiche sind alle zu tief. Der Ischi bringt mir keinen Fisch. Ja, aber geh doch tauchen. Weil die Otter und die Fische... Ja. Aber der Ischi... Ich tauche und mir mit der Pike dann meistens Fisch und gebe es dem Otter. Ja, aber du hast doch gerade gesagt, du schießt mit Pfeilen drauf. Ja, ab und zu. Wenn nur noch Sabertooth da sind. Und ich wegschwimmen muss. Und du hast noch keinen Schaden. Oder Piranhas. Ich bin so verwirrt. Hast du eine Rüstung? Nee. Hast du schon mal überlegt, dir eine Rüstung zu craften? Nee, das Ding ist, ich... Es ist halt gar nicht mal so einfach, nachts im Wasser zu schwimmen mit einer Pelzrüstung. Und da kriegst du schon Damage. Ja, aber warum machst du es nachts? Weil ich es rund um die Uhr mache. Na gut. Ich bin jetzt zum dreißigsten Mal in dieser... in dieser Höhle. Und mir ist jetzt erst aufgefallen, dass da Poelovias drin spawnen. Ja, aber ich habe auch noch nicht gesehen. Oh, ich habe jetzt voll Bock auf Operation bekommen. Fuck. Ja, übermorgen ist schon der Knosser da, ne? Nein, nein, nein. Erstmal die Map spielen. Erstmal hier Sachen sehen. Hier alle Bosse töten. Erstmal hier alle Bosse töten. Dann kann ich immer noch Reaper holen gehen. Wie sehen diese Dinge aus? Das soll orange sein, habt ihr gesagt, ne? Ja. Ja. Sie sehen aber von der Form her aus wie steil. Eigentlich sollte man sich nicht drüber beschweren. Immerhin ist Ark jetzt more casual für Leute, die nicht so krass reingriden wollen, damit die auch alles sehen können. Ist doch auch cool. Das Ding ist, wie oft steigst du in Wasser, ohne auf einem Dino zu sitzen. Ich? Mhm. Ich habe auch schon Otter gefarmt. Holla. Ja, aber wie oft bist du jetzt in der Zeit ins Wasser gestiegen, ohne auf einem Dino zu sitzen? Du musst das anders verstehen. Ich würde das aus Prinzip nicht machen, weil es mir zu mühsam wäre. Ich würde die Reihenfolge in der Art und Weise, wie du Dinge tamest, anders machen. Das ist ja das, was ich immer sage. Ja, aber wie willst du es denn jetzt noch optimieren? Mir einen Spino holen. Der bringt mir was? Fisch. Für das Großzüchten von deinen Sachen. Und der clear dir deine ganzen Piranhas. Alles, was dich tötet. Und die Rechse. Und alles, was daneben ist. Du nimmst dir einen Spino. Stellst den neben dich auf Passiv. Und wenn du angegriffen bist, stellst du den auf Mein Ziel angreifen. Und dann stirbst du nicht mehr. Wie gesagt, ich stirb ja auch so nicht mehr oft. Soll ich in einen Lock schauen? Das ist ja auch völlig fein. Ich war einfach nur alles gut. Es ist völlig fein. Du hast deine Begeisterung für Otter. Ich habe diese Begeisterung auch einfach nicht für Otter. Mir wäre es den Aufwand auch einfach nicht wert, weil es ein Otter ist. Das ist aber völlig okay. Dafür gehe ich 30 Mal eine Reaper Queen holen und verreck dabei. Und verliere jedes Mal vier Tage Vorbereitungszeit. Also wenn wir auf Aberration spielen, wird der Lock mit meinem Namen so aussehen, wie er jetzt mit Karnis aussieht. Das wird passieren und es werden viele dumme Tode sein. Ich habe halt Otter, wenn ich die gemacht habe, dann halt immer nur so beiläufig. Und wenn du gerade eigentlich was anderes machst und du siehst halt zufälligerweise einen Otter in der Nähe, der ganz cool ist, dann nehme ich den halt mal mit. So. Äh, Pia? Ja. Als du da gerade gelandet bist... Ist der orange Stein da, ja. Der... Genau. Ich töte die gerade, damit ich da landen und abbauen kann. Ja. Passt aber mit dem Megalosaurus auf. Der kann normalerweise auch den Desmodus entmauern nehmen. Ja. Sondern hab ich den Desmodus verloren. Ja, aber der ist ja low. Ist ne kleine... Aber ja, mach ich. Auf jeden Fall. So zu wissen, dass er es in den Mund nehmen kann. So. Mit... Axt oder mit Spitzhacke? Glaubt, mit der Spitzhacke kriegst du mehr. Mach ich gleich? Ne. Hat er gar nichts damit, aber ich weiß auch nicht, ob es uns überlegt. Oder mit der... Dann vermutlich mit der Axt. Ähm... Ne, ne, ne. Nemesis. Nemesis Gift. Nemesis Gift. Ihr Lieben, ich würde mich jetzt erstmal ausklinken. Jawoll. War sehr schön. Danke. Und ich hoffe, bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Bye. Haben wir jetzt schon Weibernmilch? Das wird noch spannend. Die Weibernmilch. Nö. Ach, ich muss den ja betäuben. Ja, okay. Ja. Ich hab grad eingetötet. Dann betäube ich den nächsten. Du kannst auch einen Eifer töten. Wenn da einer ist. Ohhhh. Ich glaub den kann ich nicht runterschießen mit dem Batou-Kabone. Ja. Das liegt es an dir herauszufinden. Die sind auch schneller als normale Weiber. Das ist mit dem Weibernmilch. Aber wenn ich die nicht runterschießen kann, dann sterbe ich einfach. Das ist das glaube ich. Mhm. 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 Und der Standre. Alter, wie fiesig. Die auch einfach heilen, die Fledermäuse. Oh. Krass, ne? Und ich hab halt so ne Crab-Fledermaus. Imagine wir hätten ne gute Fledermaus getamt. Das lustige ist ja, wenn die zwischendurch mal so ein Flutenpack fressen. Hier ist nicht ein gutes Stück durch. Wie war das? Der Dödi ist fertig. Wo steht denn der? Geht der nach oben? Mehr unten drin schon. Ich könnte da drüben stehen. Ticken. Da drachen. Ach, da hinten drachen. Ach, da hinten drachen. So. Hm. Oh. Ich hab schon fast zu viel da drachen. Oh. Ich hab schon fast zu viel da drachen. Überblick. Ich hab nichts zu klein zu wollen. Nicht so schnell? Wie meinst du nicht so schnell? Ach so. Ich find mit dem Gleiten geht das voll fit. Wenn man den auch noch gleitet nebenbei. Okay. Hier, dass man sieht in welchem Gebiet wir immer gepolt haben und in welchem Gebiet keine gepolt haben. Geil. Hm, hm. Hast du jetzt eigentlich Level 80? Ne, ne. Deswegen mach ich den ganzen Kram hier gerade. Ach so. So. Du wirst doch bestimmt mitkommen. Danke schön. Dann Flo für den Prime Sub. Vielen lieben Dank. Äh. Das da ist. Ne, ne. Das ist Nameless Gift. Ja, ja. Ich sag. Ich sag. Nameless Gift. Ich bin ein bisschen. Doofy. Doofy, doofy. Ich sag zu den Cryopods. Hab ich mir doch Kryptopods gesagt. Das liegt an mir. Oh, der Dark corrected. Schön leg. Oh Gott. Also Map ist wunderschön. Aber ich glaube ich muss mich einfach dran gewöhnen, dass dieses Spiel sich jetzt einfach ein bisschen anders spielt und nicht so, nicht so Gatekeepy sein. Ich fühl mich selber so ein bisschen Gatekeepy gerade, weil ich mich darüber beschwert hab, dass es zu leicht ist und Sachen zu overpowered sind. Ja, wie ich immer sonst so gerne sage, mir nimmt ja niemand was dabei weg. Nur weil das Ganze insgesamt jetzt leichter wird. Ui, der 145er hat jetzt ordentlich. Der hat wehgetan. Der hat wehgetan. Der hat wehgetan. Die kann man gerade nicht fressen. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Da war mir das kleine Kind, die Tür. Alter, es ist... Das ist so krass. Mein fucking... Also meine Fledermaus war richtig low gerade, weil wir mit 145er Revengern gekämpft haben. Ich häng mich kurz an die Decke. Sortier ganz kurz aus, was ich im Inventar habe und was ich nicht mehr brauche. Geh wieder raus. Ding ist vollgehalt. Ja. Der Zauber von Blutpacks in der Fledermaus. Das ist so crazy. Weil es eine Vampir-Fledermaus ist. Es gibt ja wirklich so Fledermaus auch in der echten Welt. Ja? Ja. Es gibt... Die heißen... Also mit quasi Spitznamen heißen die tatsächlich Vampir-Fledermaus. Und das sind so riesige Schwärme von tausenden Viechern. Und die hängen sich vor allem total gerne an Jungtiere ran und können denen mehrere Liter Blut über Nacht ziehen und töten auf diese Art und Weise jedes Jahr wieder ganz viele Jungtiere von zum Beispiel Hirschen und so weiter. Gibt's in Nordamerika. Das ist nämlich nicht irre. Und in Afrika. Die sehen richtig... Also die sehen... Wenn du dich fragst, so wie diese 0815 Fledermäuse oder woher dieses Design für 0815 Fledermäuse aus Serien und so Zeichentrickfilmen und so weiter kommt und du schaust dir diese Vampir-Fledermaus an, dann weißt du es. Also die sieht so 0815er kann der Fledermaus nicht aussehen mit dieser Nase und mit den riesigen Fledermaus-Ohren und so. Und der Biss davon soll sehr wehtun. Nice. Da hat man ja viel Spaß mit, ne? Ja. Ist aber für den Menschen nicht limbsbedrohlich und greift normalerweise keine Menschen an. Normalerweise. Normalerweise. So. Ich habe mal eben beiläufig... Oh Gott, das wird schlecht, wenn ich das weiter so mit mir rumtrage. Hm. Was machen wir heute Abend jetzt eigentlich noch? Also ich bin jetzt erstmal zwei Stunden weg. Und wir haben welche Pläne? Für in zwei Stunden? Ähm. Also ich werde 16 Stunden so dann ausbrüten. So, ich habe schon wirklich... Das geht wie lang? Ich glaube 16 Stunden dauert das. Ja ja, viel Spaß. Ich will mal kurz jemand Stein pullen. Äh, kann ich gleich machen. Ja. Hält mich, hält mich sogar, gell? Ja, aber S plus Kühlschrank. Ja ja, ich komme damit trotzdem jetzt zurück und... Wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Nameless Gift. Gerade... Also ich muss Stein pullen, warte. Also ich den nur schnell mache, dann gucke ich nach. Ba 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 ba. Stein. 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 Also haben wir jetzt erstmal speziell nix vor? Ich habe keinen Platz um... Achso, ich habe es in mein eigenes Inventar gezogen. Ich bin dumm. Nochmal. Stein. Stein. Ich glaube ich müsste... Boah, ich glaube ich habe nicht alles rausbekommen, oder? Ne. Unsere Kiste ist voll. Wir brauchen mehr Platz. Stein. Mehr Stein. Ich ziehe. Ich kämpfe drum. Jetzt müsste alles draußen sein. Ist leer. Ähm. Dann mache ich schon noch ne Tour. Also ich werde wahrscheinlich meinen Stream jetzt demnächst mal ausmachen, weil ich seit siebeneinhalb Stunden am Streamen bin und es mir mit dem Streamen langsam reicht und würde dann einfach zu dir rüber raiden und offline streamen, also offline weiterspielen und so. Und weiter wollen. Ich bin jetzt... Ich hatte zwei schon jetzt erstmal Mario Kart. Ja. Und dann weiß ich nicht... Also ich habe heute überlegt, ob ich noch Death Stranding weiter spiele, weil das muss ich unbedingt noch fertig spielen. Kannst du ja auch machen. Kannst du ja auch machen. Ja, also wenn wir heute Abend was Gutes vorhaben sollen. Also ich will gerade diese, diese erste, äh, wir machen voll viele Sachen mitnehmen, halt. Aber ich, ne, kann auch am Wochenende dann, äh, Death Stranding weiter spielen. Also ich habe halt keine Ahnung. Ich kann dir nicht sagen, was ich heute Abend mache. Vielleicht komme ich spontan auf die Idee, Aberration mit anzuschließen, was ich nicht machen werde, weil das zu lang braucht zum Aufsetzen. Aber, ähm, nachdem wir jetzt Weiberneier ausbrüten, wahrscheinlich Weibernmilch holen und mehr Weiberneier holen. Das wäre geil. Ich hätte nicht Bock drauf. Ja, dann bin ich um 21 Uhr, wäre ich dann wieder für Weibernmilch. Also falls ihr die nächsten 20 Malstunden das nicht schon macht. Also wahrscheinlich macht ihr das nicht. Wie gesagt, ich habe gerade schon welche dabei. Achso, lol. Ja, wir werden ja auch, also, Weibern wird doch sicher jemand auch breeden wollen, oder? Ja, bestimmt. Haben wir eigentlich schon jemanden, der, äh, Dylonicious Breed übernimmt? Mace? Äh, ich glaube nicht. Sag ich gerade was Falsches? Ich meine auch, dass hier noch aufstehen. Klar, auch wenn niemand hatte bis jetzt Lust, irgendeins von deinen Eiern auszubrüten. Ja, dann würde ich mich darum kümmern. Ich kann nämlich mittlerweile seit unserem letzten Server sämtliche Nests bei uns. Also, für mich, für mich wäre zum, das was mich halt breeder-technisch halt mega interessieren würde, ist halt Rockdrags, weil ich die halt geil finde. Ähm, und jetzt gerade mache ich so ein bisschen just for fun die Ziegen mit, aber wird dann wahrscheinlich zu Federlights oder so wechseln. Und Jutis, ich würde Jutis, wenn wir die für, also wenn wir Jutis machen und brauchen wollen für die Bosse, würde ich mir Jutis noch ranholen. Für die Bosse sind Jutis immer gut. Mhm. Und die meisten Leute finden Jutis hässlich. Ich finde die richtig süß. Deswegen. Haben wir irgendwo eine Eisbox frei? Ähm, ne. Ne, ne, ne. Jawoll. Bis später. Bis später. Bye, bye. Wir haben Kühlschrank noch. Und dann halt Reaper. Ich würde mich auf Reaper fokussieren, aber das braucht ihr erstmal noch. Und wenn wir unter Wasser irgendwann bauen sollten, dann tu so Teutis. Alter. Du so Teutis. Oh. Ja, das ist halt das Problem, desto schwieriger die Schmerzen ist, desto weniger die Schmerzen ist. Also by the way, dafür sind die Unterwasserrechse. Ja, unter Wasser ist wenigstens. Für Unterwasser hat man halt nichts. Es ist halt nicht so viel jetzt rausgekommen, deswegen. Es gibt eher Jutis. Ach gut, die hat ja zwei Tage Volleytime, das ist ja alles easy. Okay. Ja, ist das auch. Ich brauche auch nur zwei. Ja, das ist fünf. Es ist so. Ich habe übrigens noch mal knapp dreieinhalbtausend Steine dabei. Oh, geil. Dann kann ich schnell noch zwei Felder machen. Dann sind wir fertig mit dem Ding oben. Das ist großartig. Dann kann ich anbauen für Kibbel. Okay. Das kann ich machen. So. Weil der wird ja trotzdem Eier produzieren. Wir haben ja einen Tag Karex schon und weiblichen. Ja, ja. Stimmt. Nichts zu readen, aber nur zwei Eier machen. Geht auf jeden Fall. Nein! Nein! Was ist passiert? Kannst du nicht crouchen? Ich habe den gesamten Aufwand, den ich betrieben habe, um das zu bauen, nur da betrieben, damit ich ohne zu crouchen durch diese Tür komme. Und ich werde jetzt nicht crouchen, nur weil dieses Scheißfeld mir auf den Sack geht. Nein! Niemand croucht hier, der hier reingeht. Oder du setzt die zweite Tür über die jetzige Tür. Nein! Das ist der Grund, warum ich so lange gebraucht habe. Weil ich mich geweigert habe, das zu machen. Es gibt hier kein Crouching. Crouching ist verboten in dem Gebäude. Du machst die Tür einfach weg. Nein! Es hilft nicht. Es ist doch völlig fein. Es ist doch... Jetzt das Bier. Nein! 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 Geh weg! Du wolltest hier ja gar nicht reingehen. Ja, ich habe gesagt, ich gehe einmal rein und sage, hast du toll gemacht, Pia. Sieht wunderschön aus. Ich empfinde gerade so viel Hass für dich. Kann ich denn den Stein lagern? Ja, das ist das andere Problem. Warte mal. Ich baue... 90 werden und Dedicated Storage hier in uns Farmen bauen. Ähm... Ich baue einen Schranky. Ich weiß, dass du Level 30 oder so bist. Gut. Ich bin überhaupt 30 übrigens. Wir haben Agentaren. Wir dürfen einfach Eifers töten. Das funktioniert sehr gut. Das habe ich gestern auch den halben Tag gemacht. Eieieiei. Bist du eigentlich schon Level 80, Hans? Nee. Ich musste jetzt gerade eine Milch abliefern. Aber bist du schon wieder auf dem Weg? Ja, ich bin wieder auf dem Weg zu der Milchbahn. Sehr, sehr schön. Das Ding ist so ein bisschen, die geben echt nicht so viel XP. So. Wir haben provisorisch... Ich muss über 50er so töten, glaube ich. Wir haben provisorisch neue Dinger hier. Oder mehr sogar. Oh Gott. Aber hast du denn eine Rune vorher geholt? Ich habe rausgezogen. Wir halten bekanntlich am längsten. Ich habe keine Ahnung, wo die noch unten sind. Bitte? Ja. Ich sagte, provisorien halten bekanntlichermaßen am längsten. Das ist wahr. Aber ich habe halt vorher... Ich glaube, das oben wird richtig cool werden. Weil dann ist dieser vordere Bereich ist dieses zum Entnehmen für Kibbel. Und der hintere Bereich wird dann die Küche. Und dann haben wir hier daneben zwei große Glashäuser. Ich glaube, zwei Gewächshäuser in der Größe müssten eigentlich reichen, oder? Um den ganzen Tribe zu versorgen. Wir haben auch Pflanzenwachstum, glaube ich, auf mal drei oder mal vier auf dem Server. Ich glaube, das kommt sehr darauf an, wie aktiv der Tribe ist. Und wie viel wir wirklich zählen. Wo es wir tendenziell eher weniger von daher... Also ich glaube, das Glück, das wir haben, ist, dass wir viele Leute im Tribe haben, die sich nicht so richtig mit Kibbel auskennen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass viele Leute einfach den langen Weg gehen werden, weil sie nicht fragen. Und dann werden wir nicht so viel Kibbel brauchen. Ganz hart gesprochen. Ohne, dass ich das jetzt mir wünschen würde natürlich. Oh, ich bin so müde. Nein, du gehst nicht schlafen. Möchtest du schlafen gehen? Ich weiß es nicht. Vielleicht mache ich auch einfach eine Stunde Powernap. Hallo, Schluse! Und die Müdigkeit ist weg. Sie redet nicht mit uns. Hallo, Niki! Sie redet mit uns. Ich bin ganz kurz afghan. So, lieber Stream, ich schicke euch mal weiter. Weil mein Müdigkeitslevel, was reden und in die Kamera schauen und Lichter und keine Ahnung was alles für heute erreicht ist. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Das ist arg, macht generell so viel Laune gerade. Ich hoffe, für euch war es zum Zuschauen auch ganz witzig. Auf Wiedersehen auch vielebridge Fragen. Auf Wiedersehen und sehen die projecting. SO地 waar Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen,ß Sudan, durchgeistert. Mmm- 건데 Auf Wiedersehen. ongo-